I Love Lamp, der Podcast. Nicht gut, aber laut. 1, 2, 3, 4. 1A. 1A. Das sind wir. Meine Damen und Herren, das war I Love Lamp, der Podcast. Bis nächste Woche. Ja. So, jetzt können wir auf Text reden, ne? Ja, du hast richtig gucken, warum das war. Das war doch dieses Mal jetzt ein Paré. Was? Ich hab nicht zugehört. Das war doch jetzt ein Paré. Was hast du denn gemacht? Du sitzt genau vor mir. Ja, aber wir haben aufgehört zu reden. Wir haben aufgehört aufzuzeichnen und dann höre ich das. Du hast ja auf Text. Moment, ich muss hier gerade mein Mikro nochmal einrichten. So, das raschelt ein bisschen. Heute ist der große, also alles, was jetzt kommt, Leute, ist Patreon-Inhalt, ne? Genau. Wenn wir einen hätten. Also, ja, so ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 162 von I Love Lamp, der Podcast. Hier ist der Sevi. Hier ist der Wookie. Und wir haben heute Dienstag, den 10. März und Deutschland dreht durch. Deutschland hat offiziell keinen Spaß mehr. Nein. Wir erlauben nichts mehr. Wir erlauben nichts mehr. Es ist soweit, Geisterspiele in der Bundesliga. Der FC spielt morgen gegen Gladbach ein Geisterspiel aus. Das heißt, wenn ihr das jetzt am Donnerstag hört, war das gestern, nur zur Einordnung. Zusätzlich wird aber am kommenden Wochenende die Mehrheit der Spiele auch als Geisterspiel ohne Zuschauer ausgetragen werden. Die Serie A macht komplett dicht, glaube ich, gerade. Die deutsche Eishockey-Liga hat gerade eben entschieden, dass die Playoffs gecancelt sind und es 2020 keinen deutschen Meister gibt. Wo ich sage, haben die Kölner verdammt intelligent gemacht. Weil die Kölner haben sich nicht qualifiziert für die Playoffs und es wäre echt übel gewesen. Da wollte ich dich sowieso noch was fragen. Ich habe da gerade eben mit meiner Frau noch drüber geredet. Also wir haben gerade eben echt mal so ein bisschen Serious Talk, weil es ja gerade Deutschland geht unter. Dann muss man sich auch mal mit der Familie Serious unterhalten. Hast du gefragt, wo du hin darfst und wo nicht? Also hat deine Frau Entscheidungsrecht zu sagen, hey Sebi, nee, da möchte ich nicht, dass du hingehst. Ich folge ihr ja überall hin und ich bin ja auch hier. Also du siehst, ich kann mich auch durchsetzen. Kommt auf an, bist du mit dem Fahrrad hergefahren oder darfst du immer noch ÖPNV fahren? Ich bin mit der Straßenbahn gefahren. Darfst du noch. Aber wie gesagt, freihändig. U-Bahn surfen. U-Bahn surfen. Und zwar mit eingeschränkten Armen. Ich stecke mir die Hände auch nicht in die Jackentasche, sondern unter die Achselhöhle. Das ist gut, das ist gut, weil Achselschweiß auch desinfizierend ist. Und stehe dann so in der Straßenbahn, vor allem in der Linie 13, die ja oben auf der Hochbahn kaum wackelt. Die nur geradeaus fährt, aber die ganze Zeit wackelt. Naja, auf jeden Fall, die Kölner Haie haben sich ja nicht für die Playoffs qualifiziert. Und die Playoffs finden jetzt nicht statt. Und ich habe mir gerade eben das Szenario ausgemalt. Boah, würde ich mich jetzt ärgern, hätten die Haie es wirklich noch so ganz knapp in die Playoffs geschafft, weil sie waren kurz davor. Mit diesem 5-0. Mit diesem 5-0. Jaja, die waren ganz, ganz, ganz knapp davor, wirklich reinzukommen. Und ja, haben sie jetzt halt nicht geschafft. Aber jetzt gibt es halt keine Eishockey-Playoffs und damit keinen Meister. Und dann dachte ich mir, also es ist ja beim Eishockey und beim Basketball ist glaube ich auch so. Und bei vielen amerikanisch angehauchten Sportarten ist es ja so, dass nicht der Vorrunden Erstplatzierte sich als Meister titulieren darf, sondern eben die Meisterschaft danach in diesen Playoffs ausgespielt werden. Ein amerikanisches System. Wieso ist das so? Haben die Amis nochmal erfunden, ist meiner Meinung nach spannend, weil das ist einfach das Highlight der Saison. Weil es am Ende halt nochmal so ein Turnier mitbringt. Es ist am Ende, es ist nicht so bundesligamäßig, dass Bayern irgendwie schon 10 Spieltage vor Schluss Meister ist. Aber okay, welchen Vorteil hat denn Platz 1 dann zu dem Zeitpunkt? Du hast den Vorteil, dass du Heimrecht hast. Die spielen ja in den Playoffs immer heim und auswärts, immer gemischt. Maximal sieben Spiele. Und du hättest dann von diesen sieben Spielen gegen den gleichen Gegner vier Heimspiele. Immer bei dir zu Hause halt einfach. Jetzt für mich, so als Laien würde ich sagen, bringt das so viel. Aber gerade wenn man BVB-Fan ist, kriegt man mit, dass die Mannschaft tatsächlich von diesem Heimvorteil tatsächlich einen Vorteil bekommt. Und das ist jetzt auch ein Thema, was die Bundesliga anspricht. Wir haben jetzt die Situation, dass zurzeit, wie gesagt, Dienstag 19.09 Uhr, letzter Stand, den ich gerade eben aus Twitter aus der Bahn habe, am Wochenende Köln gegen Schalke. Dortmund gegen Schalke Geisterspiel, Köln gegen Mainz Geisterspiel, Düsseldorf gegen Paderborn Geisterspiel, Leverkusen habe ich noch nicht gehört. Ich meine, Leverkusen auch schon gelesen haben. Hoferheim gegen Berlin. Hoferheim. Hoferheim. Geisterspiele sind allerdings bis jetzt noch nicht als Geisterspiel ausgerufen Leipzig und Union Berlin gegen München. Die Münchner haben bereits Nachrichten heute rausgebracht, dass die bis April alle Veranstaltungen leer haben. Und zwar Sportarten übergehalten. Ich glaube, das ist ja auch ein Thema, weil es greift ja hier unser Spani, unser Bundesinnenminister. Nee, was ist denn Bundes-Sport? Nee, was ist der Bundesgesundheitsminister? Der Spani? Der Spani. Was für ein Hund ist das nochmal? Mein Freund Spani. Der sieht so ein bisschen aus wie Basta-Blut. Der sieht ein bisschen aus wie so ein, also wenn er ein Hund wäre. Komisch, dieses Gespräch hatte ich am Samstag schon mal mit einer Psychologin. Wir haben Leute neben uns als Hunderassen analysiert. Ich glaube, Span hat so ein bisschen was von diesen Terriern, diese Kampun-Terriern. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Diese mit der spitzen Schnauze. Kann ich verstehen. Ich war übrigens, könnte jetzt wieder ein bisschen LG offensive sein, aber ich habe wieder gemerkt, dass ich eine Person bin, die absolut nicht merke, wenn jemand homosexuell ist. Und ich war ein bisschen, ja nicht schockiert, aber überrascht, als ich festgestellt habe, dass Span homosexuell ist. Wusste ich nicht. Wusste ich auch nicht. Der ist verheiratet sogar mit einem Mann. Wusste ich nicht. Und dass man dann halt aber in der CDU eine so hohe Position einnehmen kann, das überrascht mich sehr. Ich finde... Ich meine, dass Merkel als Frau schon da oben ist, ja. Ich denke, dass es uns das nicht mehr überraschen kann, wenn in der CDU sowas erlaubt ist, wenn das in der AfD schon funktionieren kann, ne? Ja, aber ich glaube, es ist gar nicht edgy. Es ist einfach... Darf man sagen, oh, ich wusste gar nicht, dass du schwul bist? Weil es, ich glaube schon. Weil es mir egal ist? Genau, weil es mir egal ist. Das ist doch das Richtige, oder nicht? Ja, an sich schon. Sollte ja eigentlich alles klar sein. Naja, wollte ich jetzt nur so droppen. Aber, wo waren wir denn? Auf jeden Fall hat er ja empfohlen, alle, nach italienischem und französischem Vorbild, alle Veranstaltungen über tausend Leute halt abzusagen. Ja. So. Wann findet die erste 999-Leute-Party statt? Oh ja, das wär's du. Und was ist mit Public Viewing? Ja, das kam ja heute Post. Der Jürgen hat ja schon geschrieben. Scheiße, ja, stimmt. Wir machen Public Viewing raus. Jetzt haben sie die Bundesliga-Spiele halt nicht abgesagt, sondern machen Geisterspiele raus, weil die Bundesliga ist sonst nicht gemanagt, bekommt halt diese Spiele nachzuholen, weil... Michael Zorc hat einen guten Kommentar dazu gebracht. Ja, danke, das sind mindestens drei Millionen, die jeder Verein da verliert. Ja, aber was sollen sie denn machen? Ja, sicher. Ich hab auch überlegt, ne? Also, die hätten jetzt die Alternative, Saison abbrechen, ja? Dann hätten sie auch Verluste, keine Fernsehgelder. Wäre, glaub ich, der Worst Case, ja? Keine Fernsehgelder, keine Sponsorengelder, Worst Case. Da haben einige Vereine, würden dann, glaub ich, richtig dran zuschauen. Spiele nachholen? Wann? Zwischen Saisonende und Fußball-EM? Und dann irgendwie... Zwischen Saisonende und Fußball-EM? Ne, wenn dann nach der Fußball-EM? Weil, ist das nicht... Wird das nicht... Das ist ja auch noch... Das ist nur zwei Wochen Pause zwischen Fußball-EM. Ja, aber nach der Fußball-EM geht's ja auch direkt weiter. Quasi mit dem nächsten Jahr. Ne, ist ja noch... Du hast ja noch einen Juli und August da. Ja, aber trotzdem, wie willst du das... Ne, das geht nicht, das kriegst du nicht hin. Kannst du auch nicht machen. Auf jeden Fall. Oder extrem englische Woche, so nach Ice-Hockey-Vorbild, wir machen drei Spiele die Woche. Dienstags, Freitags, Sonntags, ne? Ja, aber dann noch mit der Ice-Hockey-Auswechsel-Regel. Genau, dann werden wir einfach rein und raus hier und einfach rein und raus, genau. Ja, also beim Fußball kann ich... Oder FIFA, lass FIFA entscheiden. Oder das. Aber dann hier, FIFA-Computer, ne? Also kein Spieler, sondern wir machen einfach Computer gegen Computer und gucken, was am Ende rauskommt. Das hab ich als Kind oft gemacht. Ich hab einfach eine komplette Saison Computer gegen Computer spielen lassen. Jedes Mal, wenn ich mit FIFA versucht habe, irgendwie so einen Story-Modus zu spielen oder so, ne? Spätestens das fünfte Spiel hab ich einfach automatisch laufen lassen. Simulieren, immer simulieren. Simulieren, simulieren. Ja, und jetzt sind die Spiele halt komplett ohne Zuschauer. Und ich bin ein bisschen überrascht und auch ein bisschen stolz auf mein Land, dass... Jetzt wird's edgy. ...die meisten Stimmen, die meisten Stimmen wirklich sagen, ja, ich kann's nachvollziehen, ist schade. Müssten halt damit umgehen, Jens. Ja, ist jetzt halt so. Also klar, warum... Also zum einen kann man sagen, ey Leute, es ist halt eine neue Grippe. Es ist nicht das Ende der Welt. Aber gleichzeitig muss man halt auch nicht an der KVB-Stange lecken oder halt sich irgendwie, keine Ahnung, neben 50.000 andere Menschen stellen. Klar. Die husten. Es ist halt schon eine seltsame Situation, weil ich glaub, sowas hat keiner von uns jeweils mitbekommen. Dass, dass, so ne Endzeitstimmung schon, es ist ne Art Endzeitstimmung. Es hört sich mehr hoch. Es ist, also mit, seit BSE, seit, mit jeder dieser Krankheiten wird's ein bisschen schlimmer. Wobei ich das Gefühl hab, dass BSE eigentlich schon an Platz zwei war. BSE war das letzte Mal so ein richtiger. Ja, kann ich, vielleicht war Chernobyl noch ein bisschen schlimmer. Achso, ich rede jetzt nur von Krankheiten. Achso. Ja, sonst, Hitler war, glaub ich, auch nicht so ganz in Ordnung. Ja, das war vor uns. Das, was wir mitbekommen haben. Da reden wir nicht mehr drüber. Die drei großen Weltkrisen, die wir mitbekommen haben. Der Bundesliga ab, also die, die wir mitbekommen haben. Ja, ja. Als Köln abgestiegen ist. Platz eins, leere Fußballstadien. Platz zwei, Holocaust. Platz drei, ähm, der Pizza Burger bei McDonalds wurde abgeschafft. Hab ich nie gedacht. Meine Meinung. Deine Meinung. Deine Meinung. Nein. Aber, ähm, ja, es ist ja schon ein seltsames Gefühl. Vor allem, ich hab heute den halben Tag dann auch auf Twitter verbracht und einfach zu gucken, weil darüber kamen die News am schnellsten rein. Das war doch gelogen. Du hast nicht deswegen den halben Tag auf Twitter verbracht. Ich hab auch selbst viel getwittert. Ja. Aber trotzdem, darüber kriegst du die News am schnellsten rein. Aber perfekter Übergang, Sebi. Jetzt zu meiner großen Frage. Ich wollte's nicht lesen, war für mich zu uninteressant, könnte hier interessanter wirken. Deswegen, was war los beim KIC-Thema Bier? Du hast, du hast, Sebi hat sich bei Twitter wirklich, wirklich sehr erwachsen und absolut gegen seine eigentliche Twitter-Art mega auf Twitter echauffiert, würde ich mal behaupten, weil der KIC irgendwas mit Freibier falsch gemacht hat. Also, ich muss erst mal sagen, ja, ich habe ein Thread bei Twitter geschrieben. Das heißt, ich habe drei aufeinanderfolgende Tweets geschrieben. Stimmt, du hast ja sogar noch so eins von drei und so weiter. Also, das zeigt erst mal schon mal, dass es serious ist, ja. So, folgende Situation. Oder hast du das Too Long Didn't Read vergessen? Die Kölner Haie haben eine sehr schlechte Saison hinter sich gehabt. Sie haben eine Niederlagenserie von 17 Spielen gehabt. Die haben es nicht mal in die Playoffs geschafft. Und haben es nicht mal in die Playoffs geschafft. Tja, naja. Ist egal. Haben es nicht mal in die Playoffs geschafft. Nicht mal die Playoffs-Teilnahme können sie jetzt nicht teilnehmen. Aber, na gut, die Kölner Haie haben als Biersponsor Gildenkölsch, was ein ganz leckeres Bier ist. Kann man ganz gut trinken. Habe ich mich auch angewöhnt. Gibt es in der Halle, ganz lecker aus der Flasche, sehr lecker aus dem Fass. Also, wenn du mal die Gelegenheit hast, Gildenkölsch aus dem Fass zu trinken, kann man sehr gut trinken. 99 Prozent der Kölsch, die ich aus dem Glas trinke, kann ich nicht identifizieren, weil in 99 Prozent der Kölschchen Läden haben die alle Gläser. Du gehst in eine Kölsch-Kneipe und du kriegst ein Kölsch-Glas und du denkst, oh, hm, das schmeckt gut. Ach, das ist Gaffel? Hm, dann kommt ein neues Glas, steht ein neues Logo drauf. Vielleicht machen wir mal ein Kölsch-Tasting. Mach ich mit. Machen wir mal. Ich habe angefangen, dass mir eins schmeckt tatsächlich. Gut, wir werden auf jeden Fall, wir nutzen die Corona-Pause, machen einen Kölsch-Taste. Voll gut. Wir holen uns einen Kasten Kölsch, wo es dann von jeder Sorte eine Flasche drin gibt und die teilen wir uns dann. Könnte eine längere Folge werden. Vielleicht machen wir das auch zu Fürth. Wir trinken dann immer nur so Stößchen, das ist okay. Also so kurz, wo natürlich wegspucken. Natürlich, ja. Naja, Kölsch-Sommelier. Auf jeden Fall haben die Kölner Haie die Gildenkölsch als Partner und Gildenkölsch sponsort seit mehreren Jahren schon für jedes Heimspieltour 10 Liter Freikölsch. Und diese 10 Liter Freikölsch wurden am Anfang mal auf der Saisonabschlussparty ausgegeben, die jetzt auch übrigens abgesagt wurde. Kam heute auch. Die sollte nächsten Sonntag stattfinden, aber ich wäre nicht hingegangen. Scheiß Haie. Aber, ähm. Sieben sitzt Formel mit einer Haie-Cap. Ja. Die ist limited. Limited. Nummer 459 oder so. Na, egal. Ja, Gildenkölsch sponsort auf jeden Fall 10 Liter Freibier pro Heimspieltor. So, und die letzten Jahre haben sie es immer so gemacht, dass man nach der Saison halt hingehen konnte zu den Haien und da haben sie Kästen verlost. Dann konntest du immer einen Kasten dann halt. Habe ich auch schon mal einen gewonnen. Habe ich einen Kasten Kölsch halt gewonnen. Du gewinnst öfters beim KIC. Ja, passiert. Statistisch gesehen als der KIC. Das ist gut möglich, ja. Ich bin erfolgreicher als die Haie in den letzten Jahren, als die Haie. Aber, ähm. Jetzt haben sie halt so gemacht, dass die gesagt haben, alle Dauerkartenbesitzer, was rund 6.000 Leute sind, können sich nach dem letzten Spiel in der Köln Arena, ähm, ein Sixpack abholen, ja. Ein Sixpack, ein Sixpack Kölsch, Gildenkölsch abholen. Was dann quasi schon ein Teil von diesem Freibier ist, ja. Dann wollten sie einfach sagen, hier, komm, habt ihr ein Freibier. Sorry für diese Saison. Das klingt ja erstmal ganz nett. Nimm dir ein Bier. Ja. Alles ist ja immer, wir reden ja immer noch von kostenlos. Dann ging's los. Spiel war zu Ende. Das Spiel war gut. Die Haie haben 5-3 gegen Berlin gewonnen. War ein sehr gutes Spiel. Und danach war halt die Situation, okay, Playoffs nicht erreicht. Alles stehen ja noch. Alle sind so eine Mischung aus, ja, komm, ihr habt euch echt nochmal den Arsch aufgerissen und nächstes Jahr wird's besser. Aber trotzdem ist es scheiße, dass wir draußen sind. Ja, man hat geklatscht, aber es war jetzt halt so, na gut, so ähnlich wie, keine Ahnung, in der Kantine ist das Essen was salzig, aber es macht satt. Mhm. Ja, so war die Atmosphäre. Und Pommes ist okay. Richtig. Ja, so Pommes, ja, gibt's halt wieder nichts Vegetarisches, na gut. Ja. Ess ich halt den Hackbraten. Aber dann kam halt, also stand ne alte. So, und dann war eine ganz nette Situation. Der Geschäftsführer der Haie hat das Mikro genommen und ein paar Worte gesagt, ja. Man muss dazu sagen, er war früher Pressesprecher und kann deswegen sehr gut reden. Also er hat die richtigen Worte getroffen, hat auch gesagt, ja, zusammenhalten, Haie-Familie. Sorry, Leute, dieses Jahr war echt scheiße. Wir greifen nächstes Jahr wieder an. Und gerade wir als Familie müssen zusammenhalten. Und danke auch an die Geschäftsstelle und alles. So, dann waren die Worte vorbei. Haie wurden verabschiedet. Sie gehen in die Kabine. Ich meine, im Nachhinein willst du doch auch Fan von so einem Verein sein, oder so. Hat ja, eigentlich müssen, also ich kann das ja nur mal vergleichen mit Fußball. So. Du kannst ja kein FC Bayern-Fan sein. Das ist aber doch langweilig. Ja. Du brauchst halt so einen Chaos-Verein wie auch den FC Köln. Richtig. So, und dann ging es aber los. Man ging halt dann in Richtung Dauerkarten-Club, wo das Bier ausgegeben werden sollte. Und dann kam man schon nicht mehr in den Club rein. Und da war eine riesige Schlange davor. Also wie gesagt, ich bin quasi aus der Halle raus, aus dem Innenraum raus, mit dem letzten Spieler, der vom Eis gegangen ist. Und die Halle war noch voll. Ja, da waren bestimmt noch 10.000 Leute in der Halle. Und dann sind alle halt zu diesem Bierstand geströmt, weil sie ihr Freibier holen wollten. Und als wir da ankamen, hieß es, nee, ist schon alles weg. So, und dann frage ich mich, wie viel Bier können sie bitte da hingestellt haben, wenn die denn wissen, dass... Wenn die die genaue Anzahl der Dauerkarten besitzen, haben... Sie wissen, es gibt 6.000 Dauerkarten. Da kannst du vielleicht optimistisch rechnen und sagen, okay, komm, von den 6.000 kommen wirklich vielleicht 5.000, die sich ein Bier abholen. Ja? Und ein paar Leute sind nicht da, ne? Dann stellst du da halt dementsprechend viele Kisten hin. Aber offensichtlich, wenn du jetzt mal runterrechnest, und die waren innerhalb von zwei Minuten, war alles Bier weg, hatten die da vielleicht 10 Sixpacks oder 100 Sixpacks für 6.000 Leute. Und ich hab keinen, ich kenn keinen, der einen Sixpack bekommen hat, ja? Und da geht's einfach um das Prinzip. Auch Robert nicht. Auch Robert nicht. Robert war auch an dem Tag gar nicht da. Der war bei Kurt Krömer. Ach, ich dachte schon richtig. Naja, auf jeden Fall, aber da ging's immer so ein bisschen so ins Prinzip. Und das war so der Moment, wo ich extrem, richtig sauer war. So richtig abgefuckt auf diesen Scheißverein. Weil? Weil die selbst diese kleinen Sachen nicht gebacken bekommen. Und? Weil du dich angestellt hast. Wo? An der Schlange. Ne, ich kam sofort hin und kam nicht mehr runter. Also es war auch, ich musste mich auch nicht anstellen. Es war sofort klar, es gibt kein Bier mehr, ja? Aber trotzdem, es gibt die Tage vorher, gibt es immer, ähm, die haben groß damit geworben, von wegen, Leute kommen vorbei, holt euch euer Bier ab. Und auch Philipp Walter, also der Geschäftsführer, stand halt auch da und hat gesagt, so, und jetzt könnt ihr euch neu euer Bier abholen. Sorry, äh, hier. Ist, ist genug für alle da. Das hat er sogar so gesagt, ja? Und dann gehst du da hin und du kriegst nichts mehr. Und dann dachte ich mir wieder. Weißt du, ich frage, wer ist schuld? Ja, die Haie. Die Organisation der Kölner Haie. Und das ist. Und nicht, nicht der Zulieferer? Nicht, nicht die Brauerei? Nein. Warum sollten die denn schuld sein? Ja, wenn die gesagt haben, wenn die nicht mehr gebracht haben oder so? Nein. Okay. Aber das ist ja ein generelles Organisationsding. Dann hätten die Haie doch schon irgendwie organisieren müssen. Von wegen, sorry, Leute, äh, hier. Ihr habt die Möglichkeit, das noch wie anders. Du kannst dir jetzt noch dein Bier abholen, ja? Also ich könnte jetzt noch zur Geschäftsstelle fahren und kann mir da mein Sixpack abholen. Aber da muss ich, ich fahre doch nicht wegen einem Sixpack extra nach Deutz rüber. Da verballere ich doch mehr Sprit, als wenn ich mir jetzt drei Euro Sixpack im Rewe kaufe, wenn ich eh beim Rewe bin. Ja, das ist ein bisschen lame. Für einen Verein, der, also ich, so wie du es beschreibst, so ein bisschen familiär ist und so weiter. Da muss, du musst ja, du musst ja, ähm, sportliches, sportliche Misserfolge dann mit Community Arbeit, äh, äh, ausgleichen. Genau. Das musst du ja einfach machen. Ja. Ja, gut. Und da sind die Haie einfach extrem schwach. Also ganz ehrlich, wenn das Fußball gewesen wäre, ne, und er ein Trainer, der wäre schon längst gefeuert. Sowieso. So Sachen könnte ich mir beim FC auch nicht vorstellen. Beim FC würde sowas nie passieren. Der FC ist wirklich, was auch seine Gemeinde mit den, mit den Fans angeht, echt eine Familie. Also da bist du einfach im Verein mit dabei. Du bist kalt. Der FC ist schon, der FC ist schon ziemlich heftig. Also für jemanden, der kein FC-Fan ist, ich erinnere mich noch an diesen einen Tag, als der FC Köln wieder aufgestiegen ist, ne. Boah, Alter. Was für ein Ausnahmezustand, das für ein Ausnahmezustand, das in Köln war. Heftig. Der komplette Rasen war weg, ne. Also der komplette Rasen auf dem Spielfeld wurde geklaut. Ich glaube auch, es gibt keinen anderen Verein. Ja, andere Vereine haben coole Fans. Dortmund, geile Stimmung. Schalke, gute Stimmung. Selbst in München, da sind auch die Leute, die haben ja auch ihre Existenzberechtigung, ja. Und das ist auch eine coole Stimmung da. Aber ich glaube, diese Zugehörigkeit oder dieses Wir-Gefühl, was sich beim FC da bildet, das hasst du nirgends. Das ist ja so, ne. Du gehst, wenn du zum Dortmund-Spiel gehst, ja, dann hörst du halt die klassischen Sprechgesänge, ne. Klassische Songs und vielleicht nochmal in Dortmund ein bisschen krasser, weil dann irgendwie, wenn You Never Walk Alone dann auch gesungen wird, dass dann einfach wirklich die Halle bebt, ne. Das ist schon ein ziemlich geiles Gefühl, wenn man da drin sitzt. Aber wenn du zum FC Köln gehst bzw. den FC Köln hörst, allein schon im Fernsehen, dann haben, die singen ja nicht nur FC Köln-Lieder, die singen einfach kölsche Lieder auch. Ja, klar. Und da ist dann halt mehr, viel mehr die Verbundenheit, nicht nur zum Verein, sondern eigentlich zur gesamten Stadt. Richtig. Das ist einfach wirklich, also, wenn ich zu einem BVB-Spiel gehe, gehe ich ja auch nicht als Dortmunder dahin, ne. Aber ich feiere halt den Verein. Aber wenn du zum FC Köln gehst, dann gehst du halt als Kölner hin meistens und feierst Köln. Ja. Ja, also dementsprechend. Also da, da ist das, da ist der repräsentative Faktor der Mannschaft viel, viel größer. Deswegen, absolute Darstellungsbericht. Das hast du, glaube ich, sonst nur noch bei St. Pauli. Ich glaube, das ist aber einfach so ein Köln-Ding. Ich habe mal einen guten... St. Pauli genauso. ...einen guten Bekannten gehabt. Wir waren mal auf, ich habe mal an dem Tag auch kennengelernt. Das war beste Freundin von meiner Mutter, deren Freund, damals noch Freund, jetzt Mann, ja. Den haben wir damals, ja, ist schon 10, 15 Jahre her, den habe ich damals halt auch kennengelernt. Und wir waren dann auf einem Konzert für die Mitarbeiter der Rheinenergie. Also hier... Also Brings. Ja, sowas in der Ähnliches war da. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, Brings war da oder Blackfish, irgendwas war da. Irgendwas war da. So, und der Typ ist halt ein Ossi. Der kommt aus dem tiefsten Osten. Irgendwo aus Sachsen, ja. Aber er war halt hier und hat einfach nur gesagt, er hat noch nie eine Stadt gesehen, die so selbstverliebt in sich ist. Und da hat er vollkommen recht. Vollkommen wahr. Und ich glaube, das ist auch nichts für Falsches. Das ist... Sagen wir so, dieser Stadtpatriotismus hat schon mal seine Grenzen, weißt du. Er hat schon manchmal anstrengend. Also schlimm wird es ja sowieso erst, wenn du selbst was dagegen hast und Stadtpatrioten dich dann dafür fertig machen. In jeglicher Art. Ob es selbst... Weil die sollen verdammt nochmal ihr Maul halten, wenn sie was gegen Kreise haben. Genau, wenn du so reagierst. Muss ich auch selber sagen, selbst als Immi bin ich da, merke ich an mir dann auch schon solche Sachen. Sondern wenn heutzutage, so in den letzten Jahren, jemand zu mir sagt, ja nee, Karneval ist nichts für mich. Der soll seinen Maul halten. Da verlasse ich die Stadt. Da muss ich sagen, da kann ich schon nichts mehr dafür. Aber in meinem Kopf macht es so, so... So einer bist du. Das ist mal was, der Dirk. Und dann... Der soll seinen Maul halten. Nö, selbst bei dem kommt es jetzt langsam. Dieses Jahr hat er auch Karneval gefeiert. Ja, aber das hat, glaube ich, andere Gründe bei ihm gerade. Das ist ja vollkommen egal. Aber er hat es gemacht. Naja. Egal, wie sehr du dagegen strömst, das unterwandert dich tatsächlich. Wie so eine Handpuppe. Das Kolonia-Virus. Ja. Ha, 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 ha. Moment, ich... Kolonia-19. Was? Kolonia-19. Ich muss mal gerade den Titel aufschreiben. Moment mal. Ja. Kolonia minus 19. Alles klar. Schön. Schön. Ähm, ja. Wollen wir zum Standard hier mal zurück dann, oder wie? Corona? Perfekt. Ja? Ja. Was machen wir eigentlich, wenn das Apple-Tree abgesagt wird, Sidi? Keine Ahnung. Also erstmal gehe ich... Was ist das eigentliche Apple-Tree? Warte, wer hat den Namen gewählt, pätzige Freunde? Ja, Apple selber. Apple wirklich? Apple ist so ein toller Algorithmus hinterher. Die ganzen Fotos liegen ja in der Cloud. Ja, ich habe von diesem Cloud-Algorithmus für die Galen gesagt. Und Apple geht dann rüber, der kann sogar dein Gesicht erkennen. Und ich könnte jetzt ein Video erstellen. Hast du nicht gesagt, dass du kein Bild von mir hast? Ich habe Fotos von dir. Apple hat dich nur nicht erkannt, weil ich nie gesagt habe, dass du David bist. Ah. Und das habe ich jetzt ein paar Mal gesagt. Auf manchen Fotos. Und jetzt fragt er mich immer, ist das David? Ist das David? Dann sage ich immer, ja. Hat er schon mal gefragt, ist das David oder Wookie? Ist das vielleicht das Problem? Du warst mal eine Zeit lang zwei Personen. Abgefahren. Ich habe die jetzt aber gemerged. Weil der hat dann schon erkannt, ist David... Ich glaube, das habe ich mitbekommen. Ist David Wookie? Sowas wurde dann auch gefragt, ja. Und dann hat er die Fotos halt gemerged. Egal. Wo waren wir? Bei deinen pelzigen Freunden. Nee, davor. Du bist auf Freustag gleich. Ja, gucke ich mir gleich an. Was machen wir denn, wenn das Apple-Tree abgesagt wird? Ja, das ist nur so weit hin. Ich glaube einfach nicht. Machen wir da ein I Love-Tree? Ein eigenes kleines Festival? Nee, dann wäre ich ja verantwortlich. Nö. Doch. Wir könnten ja irgendwo so eine Wegwerf-E-Mail-Adresse nehmen und dann irgendwo so ein Event posten. Also erst mal brauchen wir einen Bauernhof dafür, wo wir das machen können, ja. So, dann brauchen wir eine Wiese. So, und dann habe ich mir schon mal überlegt, ja, dann gehen wir halt da campen. Aber das lebt ja auch davon, dass dann noch 4.000 andere Leute campen. Ja. Ja. Das heißt, wir müssen dann nur irgendwie 999 andere Leute finden, mit denen wir campen können. Nee, 996. Oder 97. 997. Ja, das ist halt weniger als wir, dass wir als Summe 999 sind. Ja, ja, genau. So, dann habe ich mir mal gezeigt, zählen Bands denn auch dazu? Nee, die kommen ja nur temporär. Na gut, dann holen wir halt den Isländer hier hin, der reicht mir. Siehst du? Der kann drei Tage lang durchspielen. Baby, I want you to know. Yeah. What do you think about things, believe me? Ja, geiles Lied. Eurovision-Soccer-Test-Songs, sind die GEMA-frei? Weiß ich nicht, aber der wird vielleicht auch nicht stattfinden. Der ist schon in... Also, meine ESC-Party kann stattfinden, weil wir sind definitiv unter 99 Leute. Ja, aber der... Es gibt keinerlei Existenzberechtigung dafür, aber der ist schon in zwei Monaten in Rotterdam, ja? Man weiß nicht, was bis dahin... Von Holland habe ich nicht viel gehört. Bis wann gibt es denn die Grippewelle? Bis wann hat man immer von der Grippewelle gesprochen? Also, Donald Trump, der ist ja momentan Covid-Experte, ne? Der hat sich auch seit Wochen das Gesicht nicht angefasst. Hast du das Video gesehen, wie er es dann doch gemacht hat? Ja. Auf jeden Fall meinte der ja, im April wird es wärmer und dann stirbt die Grippe wieder aus. Ja, und nach Regen kommt Sonnenschein. Richtig. Ja. Also... Also da habe ich ein bisschen Panik davor, auch was... Also jetzt mal ganz so weltpolitisch, ne? Ich meine, wir haben jetzt schon gesehen, wie die Deutschen ticken. Wie der Deutsche, wenn er hört, oh, da kommt ein Virus, ich gehe mal hamstern und kaufe mir halt Erasko-Nudeltöpfe. Der Deutsche und der Australier scheinen sehr ähnlich zu sein. Ja, aber die kaufen sich jetzt die ganzen Erasko-Nudeltöpfe und Klopapier. Ja, ja. Nur die Veganen nicht. Um nochmal auf die letzten Folgen. Ja. Und, ja, der Amerikaner, der fängt jetzt auch an. Die haben ja noch... Das Gefühl fängt es bei denen doch jetzt erst an. Ja, genau, das fängt da ja erst an. Und jetzt stellt ihr mal bitte einen Walmart in Austin vor, wo die Hälfte Rednecks, die andere Hälfte Cowboys... Ey, du hast überall... Du hast ja durch diese ganzen kleinen elektrischen Trolleys, auf denen die dicken fahren, ne? Ja. Ist ja überall Reißverschluss, der nicht klappt. Nee. Wird nirgends funktionieren. Ja. Da werden Schülerlotsen wahrscheinlich ausgeliehen für einen Walmart, nur um dort an den Kreuzungen halt auch wirklich aufzupassen. Ich glaube, das wird da aber fast zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen führen. Ja, vor allem, die sind dann ja auch alle mit Knarren bewaffnet. Ja. Haben die ja alle. Dann geht's da richtig ab. Richtig. Dieses lustige Video, ich glaube, war das extra 3 oder so, wo da einer an der Bushaltestelle niest und wird sofort erschossen? Ja. Realität. Also ganz ehrlich, man weiß es nicht. Die Chance, dass das passiert, war genauso hoch wie die Chance, dass an Halloween irgendeiner zu sehr Joker-Film gemacht hat. Ja. Also ich bin sehr gespannt, wie sich das... Braucht ja nur einen Idioten. Wie sich das da entwickelt. Ja, die haben halt einen Idioten als Präsidenten, das ist so das Problem. Eben. Und ja, mal gucken, wie sich... Also Trump sagt ja jetzt auch, ja, wir sind gut geschützt, weil wir bauen ja die Mauer. Vor allem habe ich irgendwo gelesen, dass Trump eine seiner ersten Aktionen soll wohl die gewesen sein, als er als Präsident vereidigt wurde, dass er den Krisenstab für sowas abgeschafft hat bei sich. Hm. Ja. Ja. Aber dann kommen, bei so einem Erste-Welt-Land, wo man ein ausgezeichnetes Gesundheitssystem hat, was sich jeder leisten kann, da sollte es doch keine Probleme geben. Das wäre doch mal vielleicht ein geiles Statement, oder? Wenn einfach mal irgendwie so eine Ratings-Agentur, die ja glaube ich leider alle trotzdem irgendwie in den USA sitzen, wenn die einfach mal die USA downgraden würden, wegen solcher Sachen wie Health-Issues und so weiter. Ja. Ich glaube, das ist das Einzige, was noch funktioniert. Wahrscheinlich. Ich habe heute auch ein Grafiker gesehen, die Türken spielen ja auch... Wenn ich irgendwo, das Plastik-Ding von diesem Deckel, an dem du rumfummelst, irgendwann die nächsten Tage in meiner Arschritze finde, weil ich hier auf der Couch gelegen habe. Dann denkst du auch. Dann, dann, äh... Ja, aber die Türken spinnen ja auch so ein bisschen. Ich habe heute eine Grafik gesehen, eine offizielle türkische Mediengrafik, die schön zeigt, wie alles ringsherum von der Türkei verseucht ist. In der Türkei gibt es doch keinen einzigen Corona-Fall. Garantiert. 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 Xi Jinping ist jetzt nach Wuhan gereist. Wer? Der Präsident der Chinesen. Ah. Ja. Das Oberhaupt. Der ist jetzt nach Wuhan gereist. Und mit allem. Mit Sanitätern, Medizinern und Militär. Ja. Um zu zeigen, hey, ist alles gut. Ja, das ist ja immer eine Sache, wie du rumgehst. Ich meine, China lebt halt in einer kommunistischen Diktatur. Nein, nein, nein. Das ist doch, das ist doch, das ist doch, der ist doch gewählt. Der ist doch, ich glaube, du kannst. Das ist doch eine Partei, die gewählt wurde, Sebi. Ja, aber ich glaube, die würden von sich selber sagen, dass die in einer kommunistischen Diktatur, ich glaube, sie hätten gar kein Problem damit, glaube ich. Naja, solange du bei den Medien bist, darfst du das halt nicht sagen. Naja, auf jeden Fall, hört sich doof an, aber natürlich kannst du da alles ein bisschen leicht erklären. Da schließt du einfach die Menschen ein, da spierst du einfach eine Stadt an. Ja, so geil, dass da jemand auf die Idee kommen kann, wirklich zu sagen, ja, machen wir jetzt einfach zu. Ja, das würde ja rein rechtlich wahrscheinlich gar nicht in Deutschland funktionieren. Ich stelle mir vor, die kämen hier hin und sagen mal. Wie ist das mit dem Schengen-Abkommen? Das sieht sowas tatsächlich nicht vor. Ja, also bricht Italien nicht gerade mit dem Schengen-Abkommen? Ähm, nein. Ich habe, ich habe am Samstag, war ich auf einer, auf einer Studentenparty von einer Italienerin und die hatte Besuch von einer Freundin aus der Heimat. Ähm, und die meinte noch zu mir, sie hätte eigentlich am Freitag fliegen müssen, hat es dann aber abgesagt und fliegt später und, ähm, weiß jetzt, sie weiß nicht, ob sie zurückfliegen darf. Äh, die meisten Füge gehen ja gar nicht mehr. Ich habe heute gelesen, Ryanair und Lufthansa und Norwegian Air und wie sie alle heißen, das sind so die drei, die mir gerade einfallen. Ja, Ryanair, Lufthansa und Norwegian Air. Ähm, was für eine, komm, ja. Ja, ähm. Ich glaube, ich habe sofort eine, die es, glaube ich, gar nicht mehr gibt. Aber Panameric? Pan Am. Pan Am, gibt es die noch? Ja, nee. Es ist, glaube ich, es ist nur noch Hollywood, ne? Ja. Pan Am ist übrigens für die größten, für das größte Flugzeugunglück verantwortlich, abgesehen vom September, der 11., 11. September. Oh, mal interessant. Kannst du auch hier nebenbei? Ja, aber es ist jetzt nicht die Sully-Geschichte, oder? Nee, nee, auf Fuerteventura sind in den 70er-Jahren zwei Boeing 747 auf dem Flugfeld kollidiert, eine KLM und eine Pan Am. Ich glaube, das krasseste Flugzeugunglück, das krasseste Flugzeugunglück, das ich kenne, ist ein bisschen gemischt, also aus verschiedenen Ansätzen. Zum einen dieser Eurowings-Typ, der einfach mal Suizid mit Leuten hinten gemacht hat, aber das polnische Ministerium, das fand ich immer noch am krassesten. Die sind auch mal komplett. Die sich einfach alle komplett in einen Flieger gesetzt haben, geflogen sind und dann abgestützt sind. Und dann war Polen einfach ministerfrei. Und deswegen macht man das ja heute auch nicht mehr. Ja, deswegen ist es in den USA ja verboten zum Beispiel. Ja, das ist, glaube ich, überall verboten. Ich glaube, in Polen jetzt auch. Merkel und Steinmeier wirst du auch nie in einem Flieger zusammen sehen. Ja, ich glaube, die mögen sie auch immer. Nee. Die haben ganz komische Eigenarten. Ich habe auch gehört, es gibt ja quasi die Deutsche Air Force One, die, wie heißt die denn? Millennium Falke. Die Bundeswehr. Der Bundesadler. Die, 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 äh, Moment, wie heißt denn unsere Flugstreitkraft? Äh, die, äh, wie heißen die denn? Die Luftwaffe. Die Luftwaffe. Das heißt wirklich so? Ja, die Luftwaffe. Die Luftwaffe 1. Quasi die Air Force One. Die, die LW1. Die LW1, ja. Äh, ist ja. Du musst doch einen coolen Spitznamen haben, oder nicht? Ich meine, alle, guck mal, ganz ehrlich, ne? Alle, alle Vehikel des US-Präsidenten haben Bezeichnungen wie in einer schlechten 80er-Jahre-Action-Serie. Ja. Du hast, du hast die Air Force One. Ich weiß gar nicht, wie der Helikopter heißt. Er hat auch noch irgendeinen Namen. Du hast, äh, The Beast. The Beast ist das Auto, ja. Also, äh, der Helikopter ist... Ich weiß gar nicht, wie das U-Boot von ihm heißt. Wahrscheinlich heißt das irgendwie Submariner One. Ich glaube, der Helikopter ist von der Navy, äh, gestellt. Und darum heißt der, glaube ich, Navy One. Hatte ich irgendwie mal so. Also, die Flugbereitschaft des Bundesmilitären und des Verteidigungs ist der Luftwaffe unterstellt, ja. Und stellt natürlich dann eben auch den Bundesflieger, was im Übrigen eine gebrauchte Lufthansa-Maschine ist. Und zwar vom Typ Airbus 319. Ist ein kleiner. Moment, ich muss hier gerade noch ein bisschen mal so gucken. Sibirische Schiedkarte. Gerade vor euch, dass ihr auch sicher geht, dass ihr jetzt wirklich was lernt. Ah, die hatten mal eine Boeing. Ich frage mich währenddessen, darf Merkel eigentlich als offizielle Repräsentantin Deutschlands ein spezifisches deutsches Auto fahren? Wäre das dann nicht irgendwie ein Wettbewerb mindern für die anderen Autohersteller? Die fährt ein Mercedes. Ja. Oder ein Audi. Ein Audi fährt die. Ja. Audi ist ja gerade Nummer eins, ne. Ja. Weiß man einfach deswegen, also man erkennt es ja daran, wer ist auf Platz eins der Bundesliga, welche Automarke hat er bei sich. Ja, ja. Aber ist das nicht eigentlich unfair, den anderen Marken gegenüber, dass die Merkel einen Benz fährt? Ähm, ja. Eigentlich schon, oder? Ich glaube, das ist einfach auch, ich meine ... Müssten sie da nicht vielleicht ein Auto nehmen, das aus gleichen Teilen verschiedene Autos zusammengebaut hat? Ja, aber vielleicht ist das ja auch so ein Ding, alle vier Jahre wechselt die und alle vier Jahre ist ein anderer Autohersteller dran. Und frag mich, ist das ein Diesel? Mit Sicherheit. Wie wird denn sonst dieses tonnenschwere Ding da rumfahren? Elektrisch. Ach, nicht mit der ganzen Panzerung da drin. Ein A340 ist das übrigens, ehemalige Lufthansa-Maschine. Hat aber auch keinen Namen. Doch, die heißt Konrad Adenauer. Warte mal, das habe ich irgendwo mal gelesen. Die hat einen Namen. Such doch mal nach Konrad. Ah, Moment. Ah, dum, dum, dum. Spitznamen. Wir googeln. Da, Konrad Adenauer heißt die. Die weiße Regierungsmaschine in Airbus A350. Leute. Konrad Adenauer. Sebi hat übrigens gestern beim Quiz dritten Platz im Solo-Quiz erreicht. Wir hatten gestern ein Solo-Quiz. Und da hat er auch schon so abgerockt. Wenn diese Frage irgendwann mal im Quiz kommt, bedankt euch bei ihm. Ja. Die Konrad Adenauer. Die Konrad Adenauer. Wie kommen wir da drauf? Ich glaube, weil Willy Brandt ein scheiß Name ist für einen Weg. Wahrscheinlich. Weil das brennt. Wie drauf kommen? Weil Fliegen und so weiter. Heißt der Flughafen in Berlin, der BER, heißt er nicht Willy Brandt? Und die haben Probleme mit dem Brandschutzklappen? Ist das nicht echt so? Berlin Tegel? Nee. Willy Brandt, der BER. Ach so. Der, der noch nicht fertig ist. Richtig. Das ist der Flughafen Willy Brandt. Und die haben Probleme mit dem Brandschutz. Bin ich gerade der Erste, der... Warum heißt der Flughafen in Hamburg nicht Helmut Schmidt? Heißt er mittlerweile, glaube ich, sogar. Heißt er? Ja. Und der in Bonn müsste dann ja... Der in Bonn ist der Konrad Adenauer Flughafen. Und warum heißt der da nicht Helmut Kohl? Warum soll der dann Helmut Kohl heißen? Nee, der Bonn ja auch gar nicht Rheinland-Pfalz ist. Irgendwann in Rheinland-Pfalz müsste dann Helmut Kohl heißen. Der ist doch Rheinlander, oder? Ja, aber die haben keinen Flughafen. Pfälzer. Pfälzer. Die haben halt keinen. Helmut Kochs Lieblingsgericht war übrigens Sauermagen. Nur mal um weiter noch ein bisschen... Das heißt Sauermagen. Sauermagen? Sauermagen, nicht Sauermagen. 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 Ah. Gefährlich. Habe ich nie gegessen, deswegen keine Ahnung. Ja, und der Regierungsbunker, das ist alles Wikipedia-Wissen, weil ich es immer angelesen habe. Es gibt in der Eifel 2 Regierungsbunker und zum einen einmal den von der Landesregierung NRW, der aufgegeben wurde nach dem Kalten Krieg und noch... Moment, in NRW gibt es einen Bunker, der aufgegeben wurde. Mehrere. Ja, da haben wir noch super unsere Apple Tree Location. Okay, ja, die haben Teile davon gesprengt und geflutet. Da ist nichts mehr. Poolparty? Ja, genau. Da ist hier ein Schaum rein. Richtig. Und dann gibt es noch den Bundesregierungsbunker, auch in der Eifel. Also in der Eifel gibt es ganz viele Bunker. Lustig ist, dass der, der, finde ich zumindest lustig, der Eingang zum Regierungsbunker der Landesregierung sieht aus wie ein normales Haus, mitten in einem Dorf. Da ist wirklich ein Haus. Das ist geil. In einem Dorf. Das ist geil. Da sind ganz normale Fenster mit Gardinen. Und ein Aufzug. Ein gepflegter Garten und sowas. Und dann gehst du in die Tür rein und dann geht eine Treppe runter. Das ist voll geil. Also ganz ehrlich, da gibt es noch jegliche Videospielfantasien hoch und so weiter. Ich bin auch tatsächlich in einer kleinen Stadt aufgewachsen, wo es überall Bunker gab. Wir hatten einen Bunkerwald. Ihr wart ja aber auch sehr nah an der Grenze. Nein. Gestrache ist klar, an der innerdeutschen Grenze. Wir sind noch, wir sind noch, wir sind Dreiländereck. Schleswig-Holsch, ja, was ist daneben? Mecklenburg. Nee, Schleswig-Holsch. Also Gestrache liegt genau an dem Zipfelchen zwischen Hamburg, Niedersachsen und liegt in Schleswig-Holsch ein. Ja, aber rechts daneben ist doch direkt Mecklenburg und Sachsen-Anhalt gewesen. Ja, das ist schon vollkommen recht. Aber die Bunker sind, das war ein Aufbewahrungsbunker und zwar, weil bei uns, bei uns wurde Dynamit hergestellt. Ja, der Nobel hat bei uns gebastelt. Deswegen hatten sie so eine schöne Dynamit-Düne und überall, es gibt keine Reste mehr, aber es gibt noch Bunker und die sind nachts immer sehr gruselig gewesen. Warst du nachts im Bunkern? Nee, ich habe mich tatsächlich nie reingetraut. Ich glaube, ja, Platzangst, Platzangst ist etwas, Platz und Höhenangst, das sind zwei Phobien, die sich bei mir am ehesten herausstellen würden. Also ich habe definitiv Höhenangst, aber also bei Höhenangst ist es schon tatsächlich so, dass ich einfach davon wegweiche, wenn ich irgendwie an der Klippe stehen würde oder sonst was. Aber Platzangst würde ich jetzt noch überleben, aber ich würde mich unfassbar unwohl fühlen. Bei Platzangst? Ja. Wenn ich in einen dunklen, engen Raum gehe oder so oder die Vorstellung, durch so ein Rohr zu robben oder so, weißt du? Das ist für mich tatsächlich auch sehr unangenehm. Das heißt, so ein Tough Mudder wäre nichts für dich. So ein Tough Mudder, genau. Wegen dieser Phobie wäre Tough Mudder nichts für mich. Genau, nur deswegen. Ja, und nicht deswegen, weil ich mit meiner Plauze vielleicht gar nicht erst in so ein Rohr reinkomme. Vielleicht, oder im Netz hängen bleibst oder nicht über die Wand kommst. Das ist das Wiese oder Wunderswende. Dicke Leute haben immer einen zerkratzten Rücken wegen diesem Rob-Ding da. Ach, weil die hinten am Stacheldrappchen gebunden sind. Richtig, richtig. Ah, ja, aber die Schwerkraft hat doch meistens dafür gesorgt, dass du mit dem Bauch dann tiefer im Matsch warst, oder nicht? Ich bin ziemlich, ich habe keine Ahnung, was das ging. Ich war nicht bei der Bundeswehr. Keine Ahnung. Ich glaube, das hat aber auch jeder, jeder, der uns gehört hat, über mindestens drei Folgen, hat instinktiv gewusst, die beiden waren nicht bei der Bundeswehr. Die sind einfach viel zu unerzogen. Dafür bin ich einfach viel zu wenig rechts. Was sind die drei Fragen, die ich, wir schon immer schnell wollte? Was sind die drei Fragen, die ich, wir schon immer schnell wollte? Hast du gekürzt? Nee, ich glaube, ich sollte es mal kürzen, oder? Das ist ein bisschen lang. Die drei Fragen, die du mir schon immer mal stellen wolltest, Wookie. Sebi, ich hatte drei Fragen, schon seit Jahren liegen die mir wirklich auf der Brust. Bei der ersten Frage, ich weiß gar nicht, ob ich so detailliert darauf eingehen will, aber irgendwie schon. Also das ist ja keine Comedy, die durch mich entstanden ist, aber der Bayer hat uns gestern beim Quiz eine so geile Story erzählt, wo ich einfach wirklich dafür bin, dass wer das nachmacht, es einfach gebayert nennen muss. Weißt du, was ich denke gerade? Nein, ich habe den Kontext absolut nicht mit. Wir haben gestern irgendwas erzählt. Der Bayer ist ein unfassbarer Prankster. Simon Gusejohann kann sich noch alles von Bayer aneignen. Diese ganzen Leute, die sich als Clowns irgendwo in der Tiefgarage verstecken und Menschen jagen, das ist ja alles unhöflich, das ist ja nicht nett, aber der Bayer hat einen ganz klassischen Prank gemacht und zwar bei Mattis, hat er erzählt. Ach ja. Hat er ihm einfach mal aus Spaß Konfetti in der DVD getan und wie es scheint, wurde diese DVD nach sechs Jahren geöffnet und dann kam Konfetti und das finde ich grandios. Also ich glaube, je länger der Zeitraum ist, desto besser. Deswegen, also wer das nachmachen will, ich würde es einfach mal gebayert nennen. So, darauf aber die Frage, Sebi, wann und wie hast du eigentlich das letzte Mal jemanden geprankt? Also ich war Stammkunde als Kind im Scherzartikelladen hier in Köln. Es gab so. Wo ist hier ein Scherzartikelladen? Es gab mal einen Scherzartikelladen, zumindest hatte er ein Scherzartikelregal, das war so ein, hier kannst du bei Long eine Karte kaufen. Ja, oder so ein Wrigley's mit Mausefalle. Aber wo war der denn? In der U-Bahn im Neumarkt, hinten durch, wenn du Richtung Primark, heute ist am Primark hinten in die Galerie reingehst. Heute ist es da ein Primark. Ja, ja. Damals war dann noch ein Kick. Keine Ahnung. Primark ist bekannt dafür, dass ja alle Prank läden. Naja, auf jeden Fall gab es dann da so Sachen wie Kaugummis, die nach Pfeffer geschmeckt haben und die Kaugummis mit der Mausefalle drin und Juckpulver und so und Zeug. Ah, kennst du das Juckpulver für Arme noch? Ah, das war... Harry-Butten-Kerne? Ja, das hat aber auch gejuckt. Immer schön in den Nacken gerieben, ne? Na, auf jeden Fall war ich da noch als Stammkunde und hatte das Problem dann aber, dass ich mich nie getraut habe, so Sachen irgendwie anzuwenden, weil ich immer Angst hatte, darauf es im Maul zu bekommen. Deswegen habe ich das nie gemacht. Hat aber ganz viel von diesem Zeugs da. Ja. Aber was habe ich denn das letzte Mal geprankt? Oder vielleicht wurdest du mal geprankt oder so. Ich wurde mal geprankt. Kann ich gerade auf Pause drücken? Ich überlege gerade, damit die Pause nicht so lang wird. Na klar. Gut, Moment. Wir gehen kurz in die Pause. So meine Damen und Herren, wir sind wieder zurück aus der Werbepause. Ich habe eine Idee. Es ist gar nicht so lange her und das war relativ böse. Ich versuche das jetzt auch zu erzählen, ohne Namen zu erzählen. Also, ähm... Benutz doch einfach die Namen aus Star Wars. Also außer Wookie. Okay, also es war mal eine, 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 eine... Ich glaube, es war eine Art Part... Ich habe mich mit einer Freundin verabredet. Nennen wir sie... Prinzessin Lea. Ja. So, und mit der habe ich mich zum Abendessen verabredet. Mhm. Auf Tatooine. Ja, und auf jeden Fall habe ich dann, ich glaube sogar ausgelöst durch dich eine Nachricht zwei Tage vorher bekommen, dass diese Freundin eine andere Person mitbringt, wo ich dachte, dass der Kontakt mittlerweile abgebrochen ist. Und das so okay wäre. Ähm... Oh, da wurdest du geprankt. Und, und dann dachte ich, fuck, sie hat, also sie hat es so rübergebracht, dass sie sich verlabert hat. Und diese Person, wo ich gedacht hatte, mit der hätte ich, müsste ich keinen Kontakt mehr pflegen, kommt halt auch. Und das wäre sehr awkward gewesen an diesem Abend, wenn da jemand kommt, wo der Kontakt vielleicht auch so geendet hat, wie er geendet ist, ohne ins Detail zu gehen. Aber, ja, ähm... Oh, das war wirklich gut. Ich habe es auf jeden Fall abgenommen und dachte, oh, okay, na gut. Und habe dann halt den ganzen Tag damit gelebt. Oh, das ist richtig gut, damit reagiert. Äh, kurz, kurz mal, um die andere Seite zu erzählen. Wir saßen währenddessen irgendwie abends, ähm, bei meinen Nachbarn und haben, und haben ein Trinkspiel gespielt. Und zwar Klatschen. Klatschen 2.0 mit der White Edition. Und die White Edition hat nämlich eine Karte, also für alle, die es nicht wissen, es ist einfach Königssaufen, ne? Also man zieht Karten, jede Karte hat eine Bedeutung. Und vier Karten sind Königskarten. Die ersten drei füllen das Glas mit irgendeiner Flüssigkeit und der vierte muss das trinken. Äh, aber währenddessen spielt man ja lustige Sachen. Unter anderem ist eine Karte, schreibe, äh, alle anderen dürfen zusammen einen Text verfassen, den du dann, äh, der letzten Person, mit der du geschrieben hast, schicken musst. Mhm. Und irgendwie ist dieses Gespräch, war vorher bereits ein Gespräch über gewisse Personen im Raum. Und, äh, ja, es ist eine, es ist eine spezielle Verbindung, was, was, ne? Also dieses, dieses Bekanntschaftsnetwerk, da ist ja etwas, etwas speziell. Ähm, sehr viel Einwandstraßen, etc. Egal. Aber, es ist uns einfach wirklich, es ist uns einfach wirklich wie, wie, äh, problemlos vor der Zunge gerollt, dieser, dieser Text. Wir haben ihn dir geschickt und, äh, natürlich hast du geantwortet und du hast einfach perfekt geantwortet. Ähm, ich such's grad raus, Moment. Es ist, ah, Leute. Ein bisschen mehr Prank, aber ein bisschen weniger Gemeindprank. Mein Prank, ja. War das Mona? Es war, es war Mona. Es war Mona. Es war Mona. Wen Mona schreibe ich? Mona, Mona dürfen wir nennen. Also, Hintergrundgeschichte. Ich hab mich, äh, anscheinend mit, mit Mona und Arne zum, zum Rahmenessen verabredet. Klassisch. Und, ähm, das war, glaub ich, unser erstes Mal. Wir gehen seitdem regelmäßig einmal im Monat Rahmen essen. Das ist schön. Das ist schön. Mona ist, ist, äh, ich glaub, wir können da einfach so, die, die ist da sehr, äh, als, 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 als Ehefrau ist die jetzt richtig, richtig, äh, organisatorisch geworden. Die hat einfach so, die hat mit dir einmal montags im Monat, äh, Rabenessen, ne? Und mit mir hat sie einmal mittwochs im Monat, äh, kochen zusammen. Oh. Also, ich glaub, bei mir am ersten Mittwoch hab ich immer keine Zeit. Ich glaub, als Erwachsener brauchst du einfach auch so Routinen. Auf jeden Fall, äh, ging's nämlich darum, von wegen, ähm, wann wir uns ja treffen. Ja, ich hab nur geschrieben, es hat in der Situation auch irgendwie so gepasst, so von wegen, treffen wir uns um halb sieben rum? Ja, da kommt als Antwort, halb sieben passt. Scheiße, ey. Ich bin eben, mm, über den Weg gelaufen. Hab's dir nicht abgewimmelt bekommen? Und hab sie für Donnerstag auch eingeladen. Meine Antwort darauf war einfach nur, Mona, smiley, smiley, smiley. Und hab dann gesagt, hast du ihr gesagt, wo, dass du dich nochmal meldest? Oder kann man das einfach vergessen? Und damit war die Sache für mich erledigt. Das ist auch so eine, das ist so eine geile Sevi-Reaktion. Kann man das, kann man das irgendwie socially awkward irgendwie umgehen? Kann man, kann man, kann man, kann man so, so eine eigene Schwäche einfach erlügen und zu sagen, oh, mh, oh, leider voll vergessen. Ja. Das ist so gut. Das ist so dieses, das ist so politisch korrekt, das ist eigentlich politisch korrektes Ghosten. Politisch korrektes Ghosten. Genau. Oh, mh, ah, nee, oh, sorry, ich hab, ich hab, ich hab dir nicht geschrieben, weil ich dich nicht mehr mag oder weil ich dich ignorieren wollte. Also, ich hab dich einfach vergessen. Ich bin einfach so vergesstlich geworden. Corona setzt sich halt auch ein bisschen auf, auf den Hirnstamm ab. Ja, wer weiß, was das alles noch für Auswirkungen hat. Ja. Sehr gut, sehr gut. Danke. Schöne, schöne Erinnerung. Danke. Sagt uns doch mal, ob das, ob man dabei hätte sein müssen oder nicht, aber egal. Oder ob ihr nicht auch sauer seid, dass wir mit euch nicht einmal im Monat irgendwas machen, statt viermal die Woche vor euch was zu posten. Ich glaub, alle Zuhörer, die wir haben, treffen wir jeden Montag. Das stimmt schon, das stimmt schon. Sebi. Ja. Ich muss meine, ah, okay, ich musste meine Schrift gerade erstmal überlegen. Ganz ehrlich, Sebi, du, wie alt bist du jetzt? Du bist jetzt 35. 35. Du, du bist über einen Zenit, was dein Arbeitsleben angeht. Hoffen wir's. Ja. Hoffen wir's. Also, ich geh auf die Rente zu. Ja, eigentlich gehst du jetzt, es geht wieder bergab. So, deswegen muss man ja langsam anfangen, die Zeit zu nutzen und sich zu denken, so, hey, was mach ich eigentlich nachher, ne? Also, es gibt ja dieses Klassische, wo ich auch sage, von wegen, ey, wenn ich alt bin, geh ich gerne in Altersheim, solange das WLAN gut ist. Aber, jetzt mal eine ganz simplere Frage, Sebi, wenn du Rentner bist, ne? Was wird dein Look sein? Mein Look? Was für einen Look ziehst du durch, wenn du Rentner bist? Ähm, ich glaube, ich bin immer einer, ich versuche mit dem Puls der Zeit zu gehen, ich meine, ich bin jetzt 35. Du wirst einfach auch mit 70 aussehen wie Mark Forster. Richtig, ich habe seit einem Jahr, trage ich jetzt etwa Bart, ich, ich trage seit neuestem immer wieder mal Kappen, wenn ich keinen Bock habe, mir die Haare zu machen. Ähm, ich, ich hab immer den, ich war immer der Typ Jeans und Hoodie, ja. Ähm, ich glaube, das wird sich nicht groß ändern. Wirst ein Opa mit Hoodie sein, einfach? Ja, aber, was soll sich denn groß ändern? Ich meine, das ist ja eher, dass die neue Generation, die heranwächst, sich ein neues Stil entwickelt, ja? Und ich bleibe meinem Stil dann eher treu, oder? Also, du meinst es, dass alte Leute einfach heute diese Klamotten tragen, die sie halt einfach vor, vor 40 Jahren auch getragen haben. Das war einfach, glaube ich so, ja. Es gibt da so gewisse, so gewisse Sachen, die man erst im Alter machen kann, weißt du? Wie einen Stetson-Hut tragen, diesen, diesen, diesen typischen, so einen, wie du mir mal geschenkt hast. Richtig, 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 so eine Golfer-Cap. Ja. Ja, ähm. So was in die Richtung, oder einfach mal Glatze tragen, Sebi, wirst du Glatze tragen? Ja, dafür habe ich noch, dafür habe ich noch zu viele Haare. Ich habe mal so eine Face-App-Simulation gemacht, wie ich denn mit Glatze aussehe. Gar nicht so schlecht, glaube ich, aber ich traue mich nicht. Stimmt, ich erinnere mich. Sag ein bisschen aussehen. Das war auch kurz davor, bevor du mit dem Bart angefangen hast. Nee, nee, ich habe ja... Ich glaube, die App hat dir doch den ersten Bart dahin gemacht. Nein, 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 ich hatte ja sogar den Bart. Ich habe meinen Original-Bart mit Glatze gesehen. Und das sah gar nicht so schlimm aus. Du sahst ein bisschen so aus, wie dieser Vorschlag, wie Donald Trump aussehen würde. Ja, klar. Das Problem ist halt nur, dass da halt eine Glatze rauf simuliert wurde. Und da halt davon ausgegangen wird, dass ich eine perfekte Kopfform habe. Ich habe keine Ahnung, wie mein Kopf aussieht. Weißt du, wie dein Kopf aussieht? Ich habe früher sehr, sehr kurz geschorene Haare getragen, aber nichts Spezielles, würde ich sagen. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich bin jetzt nicht so, also überhaupt diese Aussage so, oh, der hat aber eine schöne Kopfform. Das ist auch so ein Satz, den hörst du nur von deiner Mutter. Nachher schere ich mir den Kopf und habe hinten irgendwie so eine Beule, die natürlich da ist, die ich einfach nie gesehen habe. Ja, so ein Hubbel. Ja, aber so ein Hubbel, so ein Konrad. Und am besten halt auch noch schief. Ja. Nicht symmetrisch. Was machst du denn dann? Keine Ahnung. Oder hinten fehlt einfach was. Ja. Oder so eine Nase, wie beim Lackieren. Vielleicht. Da ist da hinten so überlappend. Ich habe gerade asymmetrische Augenbrauen, das ist mir auch letztens aufgefallen, weil der hat mir die Augenbrauen gefädelt. Ich war bei einem türkischen Barbier und ich glaube, der hat in der Mitte, auf der linken Seite ein bisschen zu viel weggenommen. Stimmt. Ja, merkst du das? Siehst du das? Ja, ja, ja. Da ist es ein bisschen, ja. Aber angeblich ist das, ist das, ist das sympathisch. Ja, wenn ich die rechten Augenbrauen immer hochziehe, dann ist es, fällt es gar nicht so auf. Ja, eins zu eins The Rock, ganz klar. Ja. Ich glaube, ich gehe so Richtung Erster Mart aus, ähm, aus Flutterkaribik. Hm. Das ist mit so einem Backenbarn oder so, so Davos See wert. Ja. Nö, ich bin ja, ich bin generell ein Typ, der vor allem auf Kleidungsoutfit nie groß Wert gelegt hat. Ich habe mir immer, ich war auch so faul, habe mir bei Outfittery einfach die Kisten schicken lassen. Wollte gerade sagen, aber du bist doch schon ein bisschen, du bist schon Marke. Äh, jein, weil ich mir. Also Nakatomi, Nakatomi? Nakatano war das, die gibt es ja auch nicht mehr jetzt leider. Nakatomi Plaza. Ja, ja, klar. Äh, jetzt steige ich um auf Schmuddelwetter. Ist auch eine gute Marke. Die machen auch tolle Pullis. Kann man sich echt empfehlen. Na gut. Alles so ein bisschen nordisch angeaucht. Die gibt es auch nur entweder in so Navy Blau oder Friesennetz Gelb. Ja. Uh, sowas. Aber, ähm. Das ist für dicke Leute eigentlich nur noch eine Farbe zur Wahl. Ja. Aber die Qualität ist halt sehr gut von den Sachen. Und deswegen, ja, ich kaufe mir selten Klamotten. Dafür kaufe ich mir oft dann teurere Klamotten, die auch ein bisschen länger halten. Und einfach nett anzusetzen. Ja, das ist, ich glaube, das sind genau die zwei Looks, die man gerade geht, ne. Die einen gehen halt, kaufen sich im Primark halt irgendwie für dasselbe Geld sechs Pullis. Ja. Wo wissen aber, dass diese Pullis halt wirklich nur höchstens ein halbes Jahr halten. Das ist es halt, ne. Echt? Echt? Ich habe, glaube ich, einen Pulli drüben liegen, der ist hundertprozentig schon zehn Jahre alt. Und jetzt nicht immer noch. Ich muss nur mal meine T-Shirts reingucken. Die Hälfte der T-Shirts, die ich gerade trage, habe ich irgendwie mal durch die Medieninformatik bekommen, weil da irgendwelche Events waren, wo wir T-Shirts bekommen haben. Immer wieder, ne. Darum habe ich ganz viele Medieninformatik-T-Shirts. Ich glaube, den größten Verschliss habe ich in Socken und Hosen. Ja, deswegen, ich habe mir ja jetzt zu Weihnachten einmal nochmal einen schönen Satz Happy Socks. Ich habe irgendwie 30 verschiedene paar bunte Socken. Das reicht jetzt wieder für die nächsten Jahre. Ja. Also ich habe heute Pizza drauf. Heute ja Pizza. Pizza. Aber Türkis. Türkis. Ja, whatever. Ja. Hast du sonst so Eigenarten, die du gerne als alter Mann dann machen möchtest? So pöbeln? Nee. Bullen rufen? Viele Golfen. Ich werde mein Wohnmobil kaufen, mit dem ich viel unterwegs sein werde. Die Golfplätze Europas lernen werde. Schön mit so einem Golf im Eurotunnel stecken bleiben und dann weiter bis nach Aberdeen oder so, ne. Ja. Ja. Und dann extra langsam golfen. Also würdest du dann extra auch langsam sein? Nein. Weil du es kannst, weil du alt bist? Nee. Ich bin ja voll aktiv, wenn ich alt bin. Ich werde ja kein langsamer. Ich werde ja kein langsamer alter. Ich werde ja nicht so ein... Ja, aber hatten wir erstmal an, was Corona noch alles mit uns macht. Ja, wer weiß. Vielleicht kriege ich auch einen Schlaganfall nächstes Jahr und kipp um. Kann ja alles passieren. Erstmal alt werden. Ich hoffe nicht. Ich glaube, das erste Ziel sollte erstmal sein, alt zu werden. Also ich merke schon, deine Leber fängt schon langsam an, ein bisschen zu sagen, Sebi, pass auf. Also gestern auch nochmal erwischt, halbes Bier stehen lassen. Ja, aber weil es nicht geschmeckt hat. Keine Ahnung. Irgendwie schmeckt es da nicht mehr. Und ich habe gerade auch, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr irgendwie montags mich da zulaufen zu lassen. Vielleicht einfach, weil mein Vorbild der Bayer auch nichts mehr trinkt. Der Bayer zieht es jetzt durch, ne? Der trinkt aber auch ganz schön wie Koffein, du, ne? Ja. Gut. Dritte Frage, Sebi. Wärst du lieber arm, aber dafür Social-Mediamäßig super berühmt, oder reich und dafür total offline? Reich. Total offline? Ja, klar. Du müsstest auf jeglichen Online-Content verzichten. Du dürftest nicht auf Twitter. Ja. Und du dürftest nicht auf Instagram. Ja. Du dürftest auch nicht podcasten. Ja. Okay, ich hätte ja Geld. Ja. Was würdest du dann da machen? Kaufe ich mir Ferrari, kaufe ich mein Wohnmobil, kaufe ich mir Immobilien, mach ein bisschen dies, das. Die dürftest du dann bei TikTok aber auch nicht, also dafür dürftest du bei TikTok auch nicht angeben. Das ist mir komplett egal. Ich mache es ja nur für mich. Ich habe da mal einen Pool, irgendwo, schön, an der Nordsee. Und was würdest du dann beruflich machen? Für nichts. Wenn ich reich wäre. Echt? Wenn du reich wärst, würdest du nicht arbeiten? Ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt, gerade hat ein NRW jemanden 94 Millionen Euro Jackpot geknallt. Hat sie endlich gemeldet, ne? Hat sie endlich gemeldet. Ich habe mir überlegt, wenn ich das gewesen wäre, erst was ich gemacht hätte, hallo Chef, sorry, also sorry, ja, ich habe noch eine Kündigungsfrist. Ich glaube, ich würde meinen Bundesliga-Job weitermachen, weil es Spaß macht. Ja, siehst du. Ja. Siehst du. Aber das wäre mir ja... Oder ein guter Job für Leute, die unbekannt sind. Oder ich kaufe mir einfach einen Bundesliga-Verein. Dann werde ich als Huren so bezeichnet oder so. Vielleicht. Könntest du nicht machen, weil da wärst du wieder Social Media berühmt. Nein, ich habe dann ja kein Social Media. Du hast nicht gesagt, ich komme nicht drin vor. Es geht nur darum, dass ich es nicht nutzen kann. Du wärst komplett offline. Du wärst komplett... Ja, was heißt denn komplett offline? Ja, okay. Aber du würdest halt auch nicht mitkriegen, dass da irgendwas über dich passiert. Ich bin noch im Stadion und sehe dann, wie sie meinen Konterfei hochhalten. Na? Sebi, du Sohn einer Mutter. Ja. Ja, wenn 90 Millionen kannst du. Ich glaube, ich kann einen großartigen Fußballverein sponsern. Ja, doch. Ich kaufe mir hier so einen... Kaufe dir doch einfach einen Spieler. Ich kaufe mir grün-weiß-Nippes. Ja, und grün-weiß-Nippes mache ich dann erst mal zu einem guten Regionalliga-Klub. Ja, und das reicht mir. Okay. Also Fortuna Köln kannst du bestimmt auch noch für 90 Millionen. Nee, die sind ja schon ambitioniert und so. Das ist okay. Aber die könnte ich mir auch kaufen. Oder wie gesagt, kauf dir doch einen Spieler einfach nur. Ja, nee. Dann stellst du dir den Garten. So ein Cristiano Ronaldo in den Garten stellen. Weil der einfach täglich so schön acht Stunden lang einfach dribbeln muss. Ja. Dann setze ich mich im Gartenstuhl daneben und gucke mir an. Genau. Aber ich glaube, den kann ich mir mit 90 Millionen nicht leisten. Ja, dann warten wir noch ein paar Jahre. Ich glaube, der ist jetzt gerade bei 100 Millionen. Ich glaube, vielleicht so ein... Messis Vertrag läuft gerade aus. Ja, ich hole mir dann eher so ein... Den kriegst du ablösefrei. Ach, wie heißt denn der Bayern-Spieler, der jetzt nicht mal bei Bayern ist, sondern bei Bayer? Bei Bayer? Ja. Ja, den habe ich jetzt... Ich war am Wochenende in Leverkusen arbeiten. Jonathan Tarr? Nee, ein deutscher. Der hat ein ganz komisches Gesicht. Ah. Bayer-Spieler. Ich hätte jetzt... Alles möglich. Mitchell Weiser. Okay, keine Ahnung. Mir fällt nur ein, wer da ein ganz komisches Gesicht hat. Aber so einen könnte ich mir leisten, glaube ich. Okay. Ja. Also die hässlichen Fußballspieler kann ich mir leisten. Stellst du so neben dich, weißt du, morgens am Spiegel. Einfach nur, damit du dich dann besser fühlst. Ich stelle mir den Kimmich neben mich, damit er mir zeigen kann, wie man sich rasiert. Oder einfach nur zu gucken, ob er es wirklich braucht. Ja. Ich glaube, Joshua Kimmich muss sich nicht rasieren. Nee. Ich glaube... Nee, ganz ehrlich. Das ist so... Früher, ne? Also jeder hat, glaube ich, jeder Junge hat diese Phase, dass er dann irgendwann sagt, ich will mich endlich rasieren, obwohl da noch nichts ist, ne? Ja. Mein Papa hat mir dann immer so... Hat mir dann immer Rasierschaum gegeben. Und dann hatte ich so einen Spachtel, so ein Plastikstück. Und damit durfte ich mich dann immer Fake rasieren. Ich glaube, das ist ungefähr dasselbe, was du da gerade in der Braunwerbung siehst. Ich glaube, Kimmich rasiert sich ja eine Vagina, weil er Fußballer ist und damit eine Mimose ist. Wobei ich jetzt eigentlich sage, dass Frauen eine Mimose sind. Das wollte ich gar nicht sagen. Ah. Nee, wir unterscheiden hier ganz klar zwischen der beleidigen Vagina und dem weiblichen Tempel. Genau. Das ist so, als wenn ich sag... Als wenn ich dich als Huse und so bezeichne, aber es ernst meine oder nicht. Ja. Ja, ja. Wobei das wiederum in beide Richtungen scheiße ist. Aber es ist... Ne? Gut. Ja, vielen Dank für das Interview. Danke. Wollen wir noch mal ein Thema reden? Ich habe noch... Keine Ahnung, was habe ich... Ich muss gerade mal gucken. Was ist das... Hast du ja mit Late Night Berlin jetzt eigentlich mitbekommen? Äh, nur so halb. Steuerung F hat ja so eine... Hat doch irgendwie so analysiert, dass bei Late Night Berlin und Joko und Klaassen so einiges gefakt wird. Und da hat der Klaas jetzt ein Statement... Ist das der Moment, schockiert zu sein? Weiß nicht, hast du so einen Awe-Effekt? Nein. Okay. Nee, aber es ist... Die Sache ist ja, weil der hat sich jetzt entschuldigt und hat dafür dann wiederum auch gefeiert, ne? Ist ja eigentlich... Heutzutage musst du ja wirklich die Eier haben, um zu sagen, so, ey Leute, ja, ein bisschen übertrieben, haben ein bisschen gefakt, sorry. Aber es ist halt auch Entertainment und so, ne? Ja, deswegen, ich hab das so halb bekommen, weil... Wieso regt man sich darüber so sehr auf? Ja, weil es Leute ernst nehmen. Aber ich frag mich grad generell einfach, Steuerung F ist, glaub ich, ein Magazin, ein Recherchemagazin vom Norddeutschen Rundfunk. Ja. Die machen auch einige ziemlich gute Reportagen. Ja, aber warum in Zeiten von... Corona. Von Corona. Von Cum-Ex. Von... Greg Rock. Von Krisen an europäischen Außengrenzen. Panama Papers, über die keiner mehr spricht. Von Korruptionen in Fußballverbänden, von Beleidigungen gegenüber Hobbs und keine Ahnung was. Und immer mehr rechten Gruppierungen. Warum nimmt man sich dann ein Entertainment-Programm eines privaten Konkurrenzen vor, um es runterzumachen? Weil die Leute es im Fernsehen gesehen haben und sagen so, oh stimmt, das hab ich gesehen, ich bin jetzt ein Teil von diesem, von dieser Investigative, von diesem Investigative, meine fresse ich. Ja, aber ich find's, keine Ahnung. Ja, nee, ja. Es ist doch wieder so ein Beispiel für Hochbauschen, ne, also einfach alles Großreden, so ein großes Drama draus. Ja, das ist diese Facebook-Generation eigentlich. Ich glaub, ohne Facebook wär das komplett egal. Also, ich bin jetzt auch nicht mehr bei Facebook, weil mich genauso Sachen, dieses ganze Hochbauschen, ich bin übrigens an so einem Tag wie heute extrem froh, nicht mehr bei Facebook zu sein. Ich glaub, ich hätt mich erschossen, hätt ich das alles da gelesen. Was ist denn das alles? Ja, hier, alles wird abgesagt und danke Merkel und, und, ja. Da sind ja nur noch Problemfälle bei Facebook, ja. Du bist auch noch, aber du postest ja, aber es posten nur noch, es posten nur noch die Problemfälle bei Facebook. Ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich bin ja einer, ich geh zum Rauchen oder zum Dampfen runter, mach ein Handy auf und, keine Ahnung, hab die Wahl, geh ich auf Instagram, Facebook oder Nein-Gag oder sonst was, ne? Und wenn, und jedes Mal, wenn ich mich dafür entscheide, auf Facebook zu gucken, du machst, heutzutage machst du eine Facebook-App auf, guckst rein und wenn du nach 5 Minuten die App wieder schließt, geht's dir schlechter als vorher. Deswegen. Einfach nur, weil es wirklich einfach viel zu viele Leute viel zu unnötigen Scheiß erzählen. Und da sind, da ist ein Nonsens-Podcast wirklich das geringste Problem. Ja. Das sind jetzt viel mehr Leute, die wirklich, die ihre Scheiße wirklich ernst meinen. Richtig, das ist das Hauptproblem, deswegen gehe ich hier auch nicht mal bei Facebook, weil ich dachte mir einfach. Ja, hast du durchgezogen. Mit den Leuten kannst du nicht reden, darum ignoriere ich sie einfach. Ich fand die gleiche... Es war ja, irgendwann kam der Zeitpunkt, da wusstest du, kommentieren ist das Schlimmste, was du machen kannst. Ja. Ja. Weil, weil, die warten ja nur drauf. Ist bei Twitter gerade genauso. Twitter entwickelt sich jetzt gerade, vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt ein bisschen einfach in meine Blase erweitere. Ja, wenn so Leute anfangen, jeden deiner Tweets oder so irgendwie zu verbessern oder sonst was, oder zu kommentieren, immer mit demselben Scheiß. Ja, das ist schrecklich, ne? Ja, aber es geht jetzt auch, gerade heute war wieder das Thema Absage. Und da gab es so einen Account, der hat dann so Facebook-Parolen rausgehauen von wegen, für die Freiheit der Deutschen und ihren Sport. Ich lasse mich, soll doch jeder selber entscheiden, ob er zum Stadion geht, für Freiheit. Und ich denke mir, du hast doch gar nichts begriffen. Weil, wenn du Corona mit dir trägst, entscheidest du gar nicht für die, haben die Leute um dich rum gar keine Entscheidung. Ja, aber das ist ja ein generelles Problem, das versteht sowieso nur die Hälfte, ja? So, und ich kann es auch nachvollziehen, dass, klar, wenn du dich nicht, bis Mittwoch, ich habe am Mittwoch, Quatsch, am Sonntag habe ich mir Anne Will abends noch angeguckt, nachher, was ein guter Deutscher halt machst du, ja? Hast du denn nicht gesagt, dass du dann sogar ein bisschen besorgt warst? Nee, ich habe dann eigentlich erst mal, weil davor war ich auch so ein bisschen, ja, ist es denn jetzt Panik oder warum muss man jetzt Spiele absagen? Also jetzt meine ich, also benutzt doch jetzt wirklich ein bisschen mehr Desinfektionsmittel als vorher. Ja, ja, sowieso, aber einfach. Und jeder hustet gerade mehr, jeder hat mehr Schnupfen, einfach nur, weil wir uns das alle einziehen. Das ist vielleicht aber auch ein Ding, was man generell vielleicht im Winter ein bisschen mehr machen sollte. Stell dir mal vor, letztes Jahr bei der normalen Grippe hatten auch so viele Leute, die sich die Hände desinfiziert. Das ist sicherlich besser gewesen. Wäre auch schon besser gewesen, ja? Und wenn, wenn dieses ganze Chaos jetzt eine Sache schon mal besser wird danach, dann ist es ja wenigstens, dass die Leute sich die Hände waschen. Was meinst du, wie oft ich auf der Arbeit. Es geht zu viele Leute auf der Arbeit, die sich die Hände nicht waschen. Ich sitze immer auf dem Pott und höre dann jemanden reinkommen, wie er dann ans Pissoir geht. Und wieder geht. Und wieder geht. Oder, was auch gut ist, was nett gemeint ist, aber genauso umfällig ist, jemand geht ans Pissoir, geht zum Waschbecken und geht. Ja? Mhm. So. Und, nee, aber, also wenn es einen schon Gutes hat, dann ist es vielleicht dafür ein bisschen sensibilisiert zu werden, ja? Aber. Ja, und natürlich die Charmin-Aktie. Ja, und die Charmin-Aktie natürlich. Wer da jetzt investiert hat, ma, Chapeau, Chapeau, Chapeau. Ich hoffe auch ein bisschen, dass... Das ist auch wirklich ein Wendepunkt, weil jetzt wirst du sehen, ne? Wenn der Charmin-Bär... Mal sehen, ob der weiterhin noch sein eigenes Produkt benutzt, jetzt wo er Geld hat. Ich spekuliere jetzt einfach nur ein bisschen darauf, dass die Immobilienpreise wieder runtergehen. Und die Autopreise angeblich. Ja, sollen auch runtergehen. Die Leute wollen jetzt gerade kein Auto mehr kaufen, was eigentlich ganz gut für mich ist. Ja, und jetzt geht halt der, der, ähm... Also ich hab mir Anne Will halt angeguckt gleich. Ich hab mir Anne Will halt angeguckt und dachte mir dann halt, ja, jetzt verstehe ich das Ganze, warum man das Ganze absagen will. Und zwar ist ja dieser tolle Begriff, den ich heute erst gelernt habe, und zwar ist das flatten the curve. Ja. Hast du davon gehört? Ja. Und das finde ich ja, ist genau das, was es soll. Wir können es nicht verhindern, aber wir können es eindämmen. Und zwar müssen wir statistisch gesehen die Infektionsrate reduzieren, dann zieht es sich vielleicht was länger, ja? Aber wir sind trotzdem in der Lage zu handeln. Du musst halt Spots auflösen. Weil es nicht so viele Infektionen gibt, die nicht behandelt werden könnten. Und es gibt nun mal ein Limit in Deutschland, ne? Wie, keine Ahnung, ähm, bei McDonalds gibt es nur drei Schalter, ja? Ja. Wenn alle gleichzeitig um zwölf kommen, ist da Chaos und du wartest ewig darauf, bis du deine Chicken Nuggets hast, ja? Mhm. So, wenn es jetzt aber darum geht, das Ganze zu organisieren, dass diese drei Schalter gleichmäßig den Tag über halt, ähm, ja, besucht werden, von der gleichen Menge, dann kriegt jeder seine Chicken Nuggets und alle sind glücklich. Ich mag übrigens das Beispiel. Das ist mir gerade spontan eingefallen. Hast du auch ein bisschen Hunger? Ja, total. Mal gucken. Naja, auf jeden Fall, ja? Vielleicht geht das noch als das Sebische Theorem irgendwann in der Zukunft ein. Das Sebienugget Theorem. Das Sebienugget Theorem. Ja, aber im Grunde ist das ja, ne? Wir gucken darum, wir können es nicht eindämmen, also wir können es nicht... Sebienugget Theorem ist übrigens auch ein verdammt guter Name für eine EDM Country Band. Ah, das ist aber der Name von dieser Folge. Das Sebienugget Theorem? Ja. So, 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 so. The Dillinger Escape Plan und so. Genau. So, aber, äh, es ist ja, ja genau, also es geht jetzt einfach nur darum, einzudämmen und nicht auszuräumt, weil das geht sowieso nicht, ja? Die Leute werden krank und, ja, und... Ja, du kannst es halt nicht machen wie Korea. Richtig. Da ist es, da ist es halt eins. Wo du es halt sehr eindeutig eindämmen kannst. Es endet da halt oft tödlich. Richtig. Richtig. Gut. Muss man hier nicht unbedingt durchziehen. Ja, aber wenn es nur darum geht, ich meine, man muss jetzt wirklich nur mal daran denken, ja, ich hab heute war das, heute hat ja der, der, ich wusste gar nicht, dass in NRW ist das Gesundheitsministerium mit dem Arbeitsministerium und dem Sportministerium irgendwie ein Zusammenministerium anscheinend. Ich kenne nur das Bundesministerium für Gesundheit. Ja, das ist ja Bundes, aber ich rede jetzt vom Landesministerium. Ich hab mal, ich war mal beim BMG, das ist alles. So, und, und gerade die Sache hier, dass, äh, Spiele jetzt abgesagt werden und so weiter, ist ja Ländersache. Bayern hat gesagt, machen wir nicht. Also, keine, keine Veranstaltung über tausend Leute. NRW sagt, machen wir nicht. Berlin sagt, whatever, Jodo ist weg, ja? Und darum findet zum Beispiel, im Moment stand jetzt, äh, 20.10 Uhr, ich hab noch nicht bei Twitter reingeguckt, aber das Spiel Union Berlin gegen Bayern München am Samstag vor Publikum statt, ja? Ja. So, das ist der Plan. Ähm, so, NRW und Bayern sagen jetzt Föderalismus, ja, okay, in NRW ist das nicht. So, worauf wollte ich hin? Wobei, ja, wobei Dortmund und, und, und Köln gerade auch gefühlt in den Nachrichten so ein bisschen so wirklich als, als Corona-Hotspots verkauft werden. Ja, es ist halt in NRW und NRW ist der Corona-Hotspot, ja? Ja, es sind halt auch einfach sehr viele Leute auf sehr wenig Platz. Und 60 Prozent der Infektionen sind hier in NRW, ja? Ja. Weil wir einfach auch mehr Leute sind. So, und darum dämmen wir es einfach ein. Auf jeden Fall hat dieser Gesundheitsminister, dessen Namen ich leider total vergessen habe, aber diesen klugen Satz gesagt, so von wegen, die Leute sollen bitte einfach einsehen, dass der junge Fußballfan, der ins Stadion geht, vielleicht absolut kein Problem hat, dann diese Grippe bekommt, diesen Virus mit sich rumträgt und nichts davon merken wird, ja? Aber er ein Problem bekommt, wenn er nach dem Fußballspiel seine Oma besuchen geht und die Oma dann an der Lungenkrankheit kribiert. Genau das ist das Ding, ja? Absolut richtig. Und so weit sollte man einfach, glaube ich, mal denken. Und dann kommt noch ein Argument, das möchte ich gerne ausheben. Ich habe heute so oft gelesen, ich meine, wir hören tausende Leute zu, aber ich habe heute so oft gelesen, ja, dann muss man aber auch den öffentlichen Verkehr aufhalten, weil das sind auch Millionen Leute und dann muss man ja auch alles andere absagen. Jetzt guck doch mal, was abgesagt wurde. Und zwar wurde Entertainment abgesagt. Das ist was, auf das man verzichten kann. Das brauchst du nicht. Beziehungsweise, du hast genug anderes, es ist noch genug anderes Entertainment da. Ist ja nicht so, als könntest du nicht einmal einen Samstag um 15.30 Uhr vielleicht mal Netflix anmachen. Richtig, aber du brauchst es an sich nicht, um zu überleben, ne? Du brauchst deinen Job, um arbeiten, um Geld zu haben, um dir Essen leisten zu können. Ja, wobei, du musst aber auch sagen, dass der wirtschaftliche Aspekt trotzdem da ist, ne? Also das Entertainment ist natürlich ein großer Teil unserer Wirtschaft auch. Ja, natürlich, ja, aber trotzdem, das ist erstmal, Schaden, wirtschaftlichen Schaden hat alles, ja? Aber das ist erstmal das kleinere Übel. Und wenn wir es jetzt erstmal schaffen, eine Million Leute in Deutschland nicht potenziell sich gefährden zu lassen, sich irgendwie anzustecken, ist das okay. Ich finde, ja, ja. Und klar, was willst du machen? Du kannst nicht, der wirtschaftliche Schaden wäre viel größer, wenn keine U-Bahn mehr fährt. Und du musst vor allem auf solche Leute einfach hören und dir nicht von jedem x-Beliebigen was erzählen lassen, weißt du? Da gab es ja dieses unglaublich geile Interview mit, ich grüße einen unserer Hörer, Jürgen Klopp. Der dann ja irgendwo bei einer Pressekonferenz saß und die meinten so, ja, Herr Klopp, was halten Sie eigentlich vom Coronavirus? Was wollen Sie jetzt eigentlich machen? Oder einfach SK gesagt, Leute, hört auf, berühmte Leute zu fragen, sondern frag lieber die Leute, die wirklich wissen, was Sache ist. Das genau ist das Thema eigentlich, ne? Also eigentlich, ganz ehrlich, alles, was wir euch hier erzählen, hört auch nicht drauf. Ich hab keine Ahnung. Ey, alles, was wir nur sagen, ist, ey Leute, worauf Panik zu schieben. Das ist persönliche Meinung, ja? Das ist alles, was ich hier sage, ist persönliche Meinung, ich hab keine Ahnung. Und auch nicht zu Kloppo und uns ist auch, uns hat keiner gefragt. Ja, deswegen erzählen wir es ja einfach. Ja. Ja, aber ich denke, sag mal so, sagen wir so, wenn, wenn, wenn jetzt, wenn wir an einem Punkt wären, wo man uns fragen würde oder wo unsere Meinung mehr als zehn Leute, an zehn Leute reicht, würden wir uns sicherlich auch doppelt überlegen, was wir erzählen würden, manchmal. Nö. Okay, ich würde es mir überlegen, aber, aber, äh. Dann bist du halt nicht mehr authentisch. Das ist auch wieder wahr, aber das kommt mit dem Ruhm, Sebi. Du bist da nicht mehr real, weißt du? Ich bin am Plastic Wookie. Weißt du, du bist da nicht mehr real. Du bist da nicht mehr wie Flair oder Hafti. Du bist da nicht mehr real. Komm, einmal die Woche einen Schwan schlagen oder so. Flair wurde heute verhaftet, ne? Wurde schon wieder verhaftet? Ja. Weil er irgendwas hat. Er hat Olli Schulz ja so geil gesagt. Ja, ist ja auch kein Wunder, der will ja auch eine neue Platte ausbringen. Aber die Polizei Berlin musste dann unbedingt, konnte sich nehmen lassen. Und hat dann halt in einem Tweet halt nur geschrieben, Haftbefehl gegen Flair. Ja, das ist nur die Jucke und Glas. Ja. Herrlich. Die drei Dinge, definiert von Sebi und Fugli. Die drei Dinge. Ja, wir haben uns überlegt, ganz ehrlich, die drei Dinge. Also, alle kriegen jetzt große Ende-der-Welt-Panik. Eigentlich wollte ich das Wort benutzen, das wir gestern gelernt haben, aber ich habe es schon wieder vergessen. Die Lehre des Endes der Welt. World's-End-Lehre. Epictologie oder so. Polotaria? Polotaria, genau. Polotaria. Nee. Und alle denken so, oh Gott, Corona wird uns ausrotten und so weiter. Aber da denke ich mir, viel wichtiger wäre doch immer, drüber zu reden, was stirbt eigentlich wirklich gerade aus. Also, Corona wird uns nicht ausmerzen, glaube ich. Aber einige Sachen sterben nebenbei aus, die jetzt gerade von den Medien einfach nicht beachtet werden. Ja. Und da möchte ich anfangen, weil ich habe es nämlich als Beispiel benutzt. Ich habe Angst, dass Sebi mich klaut. Und Sebi, du hast einfach vor zehn Minuten angefangen, auch einfach zuzustimmen, dass Facebook gerade ausstimmt. Ja, sowas von. Aber auch zu Recht. In meinem Freundeskreis gibt es wirklich nur noch eine Handvoll Menschen, die aktiv bei Facebook auf irgendeiner Art und Weise sind. Die meisten Leute sind abgeflacht und lesen nur noch, gucken nur noch drüber. Und Social-Mediamäßig bist du ja wirklich bei uns die Ikone, ne? Ist vielleicht eine schlechte Analogie, aber Facebook hat Krebs. Facebook hat einfach angefangen. Ein Hassgeschwür. Ein Hassgeschwür. Dieses Hassgeschwür hat angefangen in einzelnen Kommentaren. Und mittlerweile ist einfach eine Generation Menschen auf Facebook angekommen, international, die nichts weiter zu tun hat, als Hass zu streuen. Und das braucht man nicht mehr. Und da macht ja auch keiner was dagegen. Wo ich mich immer frage, warum diese Leute, dass die so sehr hinter ihrem Hass stehen. Eigentlich müssten sie ja wissen, dass selbst im Internet heutzutage schon fast alles, was sie tun, damit auch illegal ist, weißt du, so einen Hass zu streuen. Ja. Aber die macht das wirklich mit ihrem eigenen Account. Warum können Menschen, die einfach Hass verzetteln, nicht einfach mal von ihrem Chef bei Facebook erwischt werden? Ich glaube ja, Facebook ist generell eine ganz gefährliche Sache von vornherein gewesen, weil Menschen hatten schon immer eine Stimme und konnten immer ihre Meinung sagen. Hat immer funktioniert. Es ist vor allem an dieses Liken. Es hat immer funktioniert, weil sie keine Reichweite hatten. Ja. Ich konnte mich hinstellen. Also nicht, dass ich gemacht hätte, ja. Aber ich hätte mich in meiner Kneipe hinstellen können abends und hätte sagen können, danke Merkel, hier, die Flüchtlinge klauen uns unsere Jobs. Hätte man in einer Kneipe theoretisch sagen können, hätte keine Sau mitbekommen. Ja, oder sie hätten eine Partei geboten. Ja, das ist ja, aber das ist auch nur durch Facebook entstanden. Ja. Die AfD, die AfD ist nur so erfolgreich, weil es Facebook gibt. Weil, weil es einfach angefangen hat, die Leute haben Bits, zwei, drei Zeilen nur noch gepostet und andere Leute haben, nehmen sich nicht mehr die Zeit zu verifizieren, wo diese Information herkommt. Richtig. Fake News. Ja. Es ist, es ist so. Ja. Aber das wird nicht weggehen und deswegen, also ich glaube, der Drops ist gelutscht. Facebook stirbt damit jetzt gerade. Facebook hat wirklich Krebs im Endstadium, es hilft nichts mehr. Guck dir Mark Zuckerberg an, der sieht auch aus, als wüsste der das. Kennst du den Comedy-Robot, den ich dir gezeigt habe? Ja. Das ist Mark Zuckerberg, nur in Nicht-Lustig. Du kannst jedes Foto von Mark Zuckerberg nehmen und mit dem Zitat darunter, Mark Zuckerberg sieht aus, als würde er sich darauf konzentrieren, nicht vertikal zu blinzeln. Ja. Es stimmt. Vertikal, nicht nacheinander. Achso. Ja. Sie hat gerade die Augenbrauch aufgemacht. Ja, weil ich nicht vertikal blinzen kann. Ich auch nicht. Ja. Mein Hund kann das. Das stimmt. Dein Hund kann vertikal blinzen? Ja, Hunde haben noch ein Innenlied. Hunde haben zwei Augenlider. Ich dachte, das haben nur Fische. Nee, Hunde haben das auch. Echt jetzt? Ja, also das ist nicht so ganz vertikal. Aber eher so ein schräges Mitwischding. Genau, Hunde haben zwei Augenlider. Einmal das Ober-Vivir quasi, die Haut haben, darunter aber noch eins. Das ist ja ekel. Und das sieht manchmal ein bisschen doof aus, wenn die schläft, weil da ist nur das Innere umgeklappt. Und dann siehst du halt nur ein milchiges Auge. Oh. Ja, ein bisschen. Kannst du mal ein Foto davon posten? Nee, ich fotografiere hier meinen Hund nicht. Das ist gelogen. Ja. Also musst du es ja nicht den zuhören und posten. Naja. Warte mal ein Foto und zeig es mir. Wenn ich dran denke, wenn ich das erzähle. Ich will sowas nicht googeln, weil sowas kommt auf ihn zurück. Meistens findest du Porn oder so. Da kriegst du auch ganz komische Foto. Naja, auf jeden Fall. Ja, Facebook ist tot. Facebook stirbt. Facebook ist wirklich, da hilft auch nichts mehr. Ich wüsste keine Strategie mehr, die helfen könnte, das Image, also was ich von Facebook denke, zu ändern. Und das Ding ist ja auch, Facebook war ja mal ein soziales Netzwerk, was definitiv Studenten oder jüngere Menschen als Zielgruppe hatte. Und wer hockt da jetzt rum? Alte, verbitterte Deutsche. Es gibt ein tolles Tab-Reddit, das heißt Grandma und Facebook. Irgendwie sowas. Und das ist saulustig. Du siehst einfach Posts, die alte Menschen da machen. Und alte Menschen auf Facebook sind echt witzig, weil die einfach damit nicht umgehen werden. Ich hätte gerne mal so eine Liste, die Top 100 Red Flags bei Facebook-Profilen. Ja. So Schäferhund auf dem Profilbild oder so. Ja, Sonnenbrille. Alter weißer Mann mit Sonnenbrille. Skyline. Ja. Skyline auf dem Hintergrund. Ja. Oder, ja genau, Hund hatten wir schon, ne? Ja, ja, ja. Ja, da hat auch Olli Schulz sich so geil darüber aufgeregt. Hast du das mitbekommen? Sich richtig schön darüber aufgeregt, so von wegen so, hört auf eure scheiß Tiere dafür zu instrumentalisieren. Das ist ja auch so. Das stimmt einfach. Mein erstes Ding, wo ich denke, was aussterben wird, wir sind glaube ich kurz davor, auch im Facebook-Kosmos. Sie werden übrigens total depressiv damit aufhören, aber es ist halt so, Leute. Es lebt damit. Aber was aussterben wird, wo ich denke, auch Krebs, WhatsApp. WhatsApp wird über kurz oder lang nicht mehr da sein oder zumindest nicht mehr von allen genutzt werden. Und zwar wird das am Ende, glaube ich, nur noch von den Leuten genutzt werden, die schlussendlich auch Facebook nutzen. Also die gleiche Benutzergruppe. Warum? Fängt an mit der Story-Funktion, die ich heute nicht genutzt habe und mich nicht traue, reinzugucken. Es gibt Leute, die diese WhatsApp-Story-Funktion benutzen, weil ihnen vielleicht Facebook nicht mehr reicht. Mit dem Kommentar auch gerne. Nee, ich poste meine Bilder nur noch bei WhatsApp. Ich möchte die auf Facebook nicht veröffentlichen. Wenn ich schon auf, 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 ja. Ja. Aber ich, ich bin, weißt du, es gibt immer diese Familienfeiern und, und es gibt halt in jeder Familie eben diese, diese Leute. Du meinst jetzt die Tante oder der Onkel? Das nehmen wir noch als Beispiel, oder? Vielleicht. Die was tun. Ich sag jetzt mal. Aber die dann halt eine ernsthafte Diskussion, also Beispiel. Ich, ich geh mal in diese Rolle rein. Ich, 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 ich spiel jetzt, ich spiel jetzt Sebi. Ja. Und dessen Mutter gerade gesagt hat von wegen so, nein, du musst da hin, weil, äh, der war bei deiner Taufe dabei, deswegen musst du jetzt zu diesem unrunden Geburtstag. Also ich, ich bin ein Familienmitglied von dir, ja, so. Thema ist jetzt egal, ich nehme ja das aktuelle Coronavirus, ja, und die Fußballabsage, ne. So. Und dann kommt halt die Argumentationskette. Also, hier, dass hier die, die Fußballspieler jetzt alle hier als Geisterspiele hier stattfinden, ne, das ist ja, nee. Also ich hab da heute, ich hab da auch eine Story zu in WhatsApp zugemacht. Ich hab schon gewartet, wie du sie, ja, okay. Dass, dass, ja, echt nicht, also hier, ne, dass das ja alles eigentlich ganz anders ist, ja. Und ich hab da auch hier eine WhatsApp-Story zugesehen, ja, dass das ja eigentlich daran liegt, dass die Pharmakonzerne hier Corona eingeschleust haben. Also so in dem Stil, ja. Ja, ja, ja. Deine, deine ganze Argumentationskette liegt auf WhatsApp-Stories. Und wenn du da mal rein... Also unten noch so ein kleines von Clipfish.de. Und wenn du da mal reinguckst, was denn in WhatsApp-Stories drin ist, da sind das alles diese, diese Smiley-Grafiken, die alle so schlecht gemacht sind. Ja, so ein kacke Smiley oben unten dann von Clipfish, ne, mit einem Watermark obendrauf. Ja. Ne? Ich frag mich noch immer, wer macht denn bitte so ein Content? Warum kann nicht mal ein anständiger Grafikdesigner schlechte Memes machen? Ey, ganz ehrlich, als jemand, der mit dem Internet arbeitet, ne, jeglicher Text, der als Bild dargestellt wird, ist immer scheiße. Ja. Ist immer scheiße. Richtig. So. Boomer-Rumor. Wollte ich mal gesagt haben. Ja. Leute. Boomer-Rumor, Alter. Hört auf WhatsApp-Messenger nicht an. Also ich glaube... Machst du jetzt nicht gerade einfach unterschwellig Werbung für deinen Apple-Talk oder so? Weil du einfach... Weil du ein iPhone-Match bist. Apple hat ja keinen Talk. Apple hat einfach Messenger. Aber das ist ja Apple intern. Da könntest du gar nicht mitmachen. Ich glaube, wir sind sowieso nicht mehr weit davon entfernt, dass einfach alle Plattformen das sowieso einfach über sich irgendwie lösen. Hat Google eine eigene Lösung? Hat Google? Google hat einen eigenen. Ja. Warum nutzen wir das Android-User untereinander? Also bei WhatsApp ist es ja ganz elegant. Ganz ehrlich, also was ich bisher weiß, ist, dass die Google-Chat-Funktion extrem user-unfreundlich ist. Also auch allein schon, wenn du auf Gmail gehst, hast du unter deinem Postfach ein kleines Chat-Fenster, wo du mit deinen Leuten chatten kannst und so weiter. Es ist sehr, sehr unfreundlich. Also bei Apple ist es halt sehr gut umgesetzt, weil es halt in der SMS-App mit drin ist. Also es gibt nur die Messenger-App und in der SMS-App ist halt dieser Messenger drin. So und wenn das Gerät... Mein Handy stellt automatisch fest, ob der mir gegenüber auch iMessage hat, also auch ein Apple-Produkt hat. Und dann schickt ihr dir einfach keine SMS. Richtig. Und dann macht er automatisch. Und das ist sehr cool, wenn ich zum Beispiel jetzt im Fernsehbusiness bin. Ich kriege dann manchmal halt die Telefonnummern von den Kollegen, mit denen ich dann irgendwie am Wochenende unterwegs bin und muss halt noch ein bisschen was managen. So GDPR-Konform vielleicht nicht ganz. Whatever. Aber ich trage die Nummern einfach in mein Telefonbuch ein und kann dann sofort halt mit denen halt übereinmäßig Kontakt aufnehmen. Ja. Das ist eine coole Sache. Und in diesen... Schlimm ist dann, wenn du Arbeitskollegen hast und dann per WhatsApp schreibst und die dann irgendwelche Storys posten. Richtig. Ja. Das ist halt so das Problem. Also ich... Ja. Also die... Ich würde vielleicht dann so sagen, die unterschiedlichen Messenger müssen auch langsam raussterben. Es ist langsam Zeit für eine globale Open-Source-Version. Ja, vor allem eine unabhängige. Ja. Ganz normal. Einfach nur noch ein Standardsystem, weißt du. Ja. Und da kann ruhig mal jemand hinkommen wie Google oder Amazon, die sowieso genug Platz haben und sonst was, die sagen, hey, ja, wir haben ja ein bisschen Platz für euren Traffic, benutzt das oder so. Oder... Ja, aber dann bist du wieder... Das Problem ist, es wird keine von einem Unternehmen unabhängige Kommunikation geben. Es wird immer ein Unternehmen dahinterstehen, was die Daten auf irgendeine Art und Weise halt nutzt. Bei WhatsApp, ganz klar, Facebook fängt jetzt an, die wollen Werbung in Gruppen schalten. Ja. Du sollst bald in Gruppen Werbung sehen. Und da denke ich mir auch, okay, das ist doch der totale Todesstoß. Wer benutzt das denn noch weiter? Das ist aber ganz geil. Dann weißt du erst, in was von der Gruppe du gelandet bist. Ja. Vielleicht soll ich hier doch wieder raus. Ich bin mittlerweile echt... Funktioniert es, dass ich so die wichtigsten Gruppen schätze, die man so auf WhatsApp hatte, bis auf IlofLamb, der ist noch immer bei WhatsApp, ja. Aber ich konnte mittlerweile alles irgendwie zu iMessage auslagern oder zu Telegram. Telegram ist eigentlich genau der gleiche Scheiß, weil das ist halt ein russischer Unigarsch, der dahinter steht, statt Zuckerberg, ja. Aber, ja, die Telegram-App ist ganz cool. Und das sind halt nicht so viele... Am Ende musst du halt ein bisschen noch vertrauen, dass diese abgesicherte Kommunikation auch wirklich so abgesichert ist, wie es uns gesagt wird. Ja, da haben wir das Thema... Das interessiert auch keine Sau, weil dann hätte sich nämlich hier ein Thema durchgesetzt. Ja. Ja. Aber, nein, die Leute wollten keine 4,49 Euro für einen Messenger zahlen. Wo sind wir denn, dass ich für sowas bezahle? Und das Ganze auch noch einmalig. Aber dann musst du die Person erst mal treffen, damit sie dir so einen Code zeigt. Ja, wo sind wir denn? Ja, WhatsApp stirbt, mein erstes Ding. Mein zweites Ding, etwas, was ich in den letzten Tagen eindeutig gemerkt habe, weil Wuki hat sich neue Schuhe gekauft. Das sind schöne Schuhe, aber sie sind nicht wasserfest. Die Jahreszeiten sterben aus. Und zwar mindestens zwei. Der Sommer... Ah, wohl, nee, 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 der Sommer... Winter und Frühling sterben aus. So, das habe ich das Gefühl gerade. Also, eigentlich sind wir, glaube ich, noch offiziell im Winter, ne? Nee, seit dem 1. März ist... Seit dem 1. März? Seit dem 1. März ist Frühling. 24. Dezember bis 24. Februar oder so. Oder 21. bis 21. Es gibt ja die meteorologischen und die kalendarischen. Aber Ende Dezember bis Ende Februar ist Winter. Ja, ja. Ja, es ist alles... Wir haben seit Oktober, September... Ja, seit Oktober haben wir einfach Herbst. Wir kriegen jetzt demnächst eine Woche Frühling. Und dann ist Sommer. Und dann ist Sommer. Ja. Endlich kommt der Sommer wieder. Die Vögel singen auf den Bäumen. Doch dann gibt es das etwas philosophische Problem, dass ich... Was? Die können dann ein bisschen träumen. Ja, wie ging es... Es ist gut, wenn wir... Nee, wenn wir es im... Mann, wie heißt das denn? Im Kanon singen. Ja. Kanon ist ja keiner was. Wie ging es mal? Ein eher philosophisches Problem. Die Frage stellt sich... Die Frage ist schon wieder... Ich stelle jetzt öffentlich. Doch Vorsicht, sie ist ziemlich unbequem. Scheint die Sonne auch... Scheint die Sonne auch für Nazis. Ich kann es nicht verstehen. Ganz ehrlich, wir müssen jetzt sofort auf... Dürfen Paktos auch verheißen. Es gibt wenig Bands, die an Verklagen. Aber die Ärzte könnten uns verklagen. Nein, die Ärzte... Aber wir sind ja nicht wie ja Gogo. Ja, und wir verteilen ja deren... Ja, Leute, kauft Ärztealben. Wir verteilen deren linken Propaganda. Kauft derbe viele Ärztealben. Boah, ich hoffe, dass der ganze Corona-Scheiß bis November weg ist. Ich muss zu den Ärzten gehen. Ich muss zu Elton John gehen. Ich bin nächsten Wochen Montag und du sollst auch ein Konzert. Ja, das wird wohl nichts. Das kannst du knicken. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, längst ist Arena, haben sie schon alle Konzerte abgesagt. Ich habe heute nochmal geguckt. Stand 16 Uhr war da noch nichts. Wird abgesagt werden. Anne Markantereit. Ich frage mich, ob ich die Kohle wieder aufkriege. Kriege ich dann die Kohle wieder? Kriegst du wieder, oder? Ich habe nämlich gesehen, dass Tommy Schmidt sein Borussia Mönchengladbach gegen FC Köln Ticket weggeschmissen hat. Ja, aber du kriegst es ja wieder. Ich frage mich gerade. Ich habe bei den Kölner Hain ja eine All-Inclusive-Karte gekauft, inklusive Playoffs-Spiele. Kriege ich jetzt Geld wieder, wenn die Playoffs ausfallen? Ist ein großer Potenzatz, ne? Vielleicht. Viel Entertainment, was wegfällt. Tja. Ja. Ja, Jahreszeiten. Ja. Wir werden bald nicht mehr vier Jahreszeiten haben. Oder fünf. Köln. Ne, wir werden bald einfach nur noch Regen- und Trockenfaser haben. Das macht mir aber nichts, weil Artischocken haben mir eh nie geschmeckt. Wegen der vier Jahreszeiten-Pizza. Ah. Wow. Wow. Wieso bin ich davon gekommen? Ich brauche es meine Lieblingspizza. Ich mag Artischocken. Artischocken definitiv, ähm, ne. Also es ist unverständlich, dass Artischocken auf Pizza unbeliebter sind als Ananas. Nur so mein Statement. Meine Meinung. Deine Meinung. Ja. Sibi, dein zweites Ding. Mein zweites Ding sind quasi zwei Dinger, die möchte ich zusammenfassen. Okay. Und zwar Bäcker und Metzger. Du findest kaum noch Bäcker und Metzger. Oh ja. Du findest noch einige Bäcker mittlerweile. Viele Bäcker sind aber mittlerweile eigentlich nur zu so. Das sind nur noch Backwerker. Backwerks geworden oder so Franchise-Bäckern, die oft eine zentrale Bäckerei irgendwo haben und dann sie liefern. Franchise-Bäckern, ja. Fertig-Backmischung, wie es wunderbar beim ZDF immer genannt wird. Genau. Also sowas. Also du findest immer weniger. Es gibt natürlich noch hier in Köln so ein paar klassische, so Märzenich oder sowas. Sind halt auch große Ketten. Aber die Brote da sind noch lecker und gut. Ich hab mittlerweile das. Gibt dieses eine gute Bäckerei in Köln. Diese eine kleine. Ich vergesse immer, wie die heißt. Aber du musst da gerne mal 40 Minuten anstehen, wenn du ein Brot brauchst. Bastian ist es. In der Ehrenstraße? Also an der Ehrenstraße? Weißt du, wo das Törtchen-Törtchen ist? Da ist eine Bank und da sitzt, ich glaube, Willi Milowitsch auf der Bank. Ah ja, da. Ja, dann ist das Bastian's. Da ist so ein ganz, ganz kleiner. Nee, dann ist es das nicht. Du stehst da drin, das ist eine Bäckerei. Du hast vielleicht drei Quadratmeter, in der du stehen kannst. Nee, dann ist es das nicht. Leute, wenn ihr Bock auf gutes Brot habt und ihr seid Kölner oder ihmis wie ich, geht da hin und holt euch da mal ein Brot. Alter Schwede, ich hab mir ein Kümmelbrot gekauft. Da war mehr Kümmel als Mehl drin. Ich mag kein Kümmel. Ja, muss man mögen. Gibt auch andere. Ich hab auf jeden Fall. Gibt es französisches Toastbrot. Ich hab um die Ecke auf jeden Fall einen Bioland-zertifizierten Bäcker. Der ist sehr lecker. Da kannst du echt Brötchen holen. Den kostet halt ein bisschen was, aber ist okay. Aber trotzdem, es sterben diese typischen. Es kommen diese Heuschrecken einfach. Überall waren die Bäcker, mittlerweile machen die Läden alle zu. Und ganz schlimm ist es ja beim Metzgern. Ich hab noch einen Metzger, wo ich wirklich hingehen kann. Wo ich sagen kann, ja, das ist ein Metzger und der macht's was selber. Und alle anderen Metzger machen zu, weil die einfach keine Nachfolger finden. Ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich wohne jetzt fast ein Jahr hier in Ehrenfeld. Ich hab hier, ich weiß hier von keinem Metzger, wo ich hingehen würde. Du findest hinten auf der Landmannstraße ein? Ich weiß nicht, wo die Landmannstraße ist. So berater Straße, da wo Bayer geheiratet hat an der Kirche. Also, ja. Da die Straße rein. Beim Netto. Gegenüber vom Netto. Nee, Penny? Beim Penny. Beim Penny. Das ist ein geiler Übergang. Bayer hat nicht beim Penny geheiratet. Ja, ja. Aber so da in der Ecke, ja? Ja. Da ist auf jeden Fall die Landmannstraße, das ist eigentlich die urige Einkaufsstraße hier noch in Ehrenfeld. Da findest du alles vom FC-Shop. Weißt du was? Ja. Da geh ich samscht mal hin. Geh da mal gucken. Da geh ich mal hin. Meine Nachbarin fährt... Auf die Gefahr, dass es das gar nicht mehr gibt. Meine Nachbarin fährt, glaube ich, also als wir es noch in ein Auto geteilt haben, als ich noch eins hatte, hat sie gerne mal das Auto genommen und ist irgendwo quer durch Köln gefahren, nur um zu diesen einen Edeka mit dem Metzger zu fahren. Also die sind auch sehr epig darauf, Qualität zu kaufen. Aber es ist auch wirklich so, wenn du auf deine Ernährung ein bisschen achten möchtest, da musst du zum Beispiel beim Brot auch wirklich anfangen. Also Zuckergetränke und Brot. Diese Fertigmischung, diese Backwerk-Mischung ist einfach ungesundes Zeug. Und jetzt habe ich gehört, Backwerk... Weißt du, was Backwerk demnächst kaufen möchte? Also habe ich so in den Nachrichten gelesen? Capri-Sorne. Nee, Burger-Buhnen jetzt. Die fangen jetzt an, andere Burger-Franchises aufzukaufen. Ja, ich meine, das ist Kapitalismus. Aber ja, ich erinnere mich noch sehr gut daran, in meiner alten Wohnung, dass der Metzger einfach irgendwann zugebracht hat und die hatten ein sehr gutes Mett. Ja. Ich bin zu Karneval immer, als wir dann die Karnevalsparty geschmissen haben, wo du auch eingeladen warst, da bin ich tatsächlich noch am selben Tag morgens um sechs musste ich an die Hintertür, um meine zwei Kilometer abzuholen. Man sollte zur Zeit, wo es kein Rohsfleisch verzehren, auch wegen Corona. Echt? Ja. Man weiß nicht, was da drin steckt. Und es kann gut sein, dass auch in Met halt Corona drin ist. Ganz ehrlich, ein bisschen mehr auf die alten Leute und auf die Schwangeren achten. Fertig. Ja, ja. Genau. Fick keine alten Leute. Das war dein zweites Ding, ne? Ja. Fand ein gutes Ding. Ich gehe zum dritten und das ist etwas, was mich gerade in letzter Zeit sehr deprimiert. Weil es ist etwas, was... Da habe ich so ein Verlangen in letzter Zeit dafür. Und es wird immer schwieriger, das zu bekommen. Also zum Beispiel in Ehrenfeld ist es gerade etwas schwieriger geworden, weil es die Anlaufpunkte nicht mehr gibt. Und bei den Sachen ist... Ja, genau. Pornokinos. Die Qualität... Und das sind auch nicht Matratzenläden. Die Qualität ist da sowieso schon fragwürdig. Und du musst aufpassen, dass du eine gute kriegst. Gras. Currywurst. Ah. Die Currywurstbude stirbt aus. Ja. Also natürlich nur in meiner Bubble jetzt gerade. Zum Glück habe ich in Dortmund, wenn ich in Dortmund arbeite, noch einen wunderbaren Currywurstbudenmann, der bei uns sogar parkt und bei dem man noch eine Currywurst kriegt. Der auch immer lecker scharf macht und alles, ne? Also alle extra Wünsche. Aber erstmal werden die ja erstmal super fertig gemacht und dürfen die Pommes nur noch halb gar frittieren. Ja. Weil ja... Danke Merkel. Danke. So. Und Erdenfelder, Fenloer Straße, Gürtel, ne? Die Kreuzung. Da hattest du immer auf der einen Seite einen Matratzenladen, auf der anderen Ecke hattest du einen Dönermann, rechts daneben, also auf der nächsten Ecke hattest du eine Pizzeria und nochmal denselben Dönermann, was sowieso schon fragwürdig war. Der Aslan. Genau. Und dann beim dritten hat es eine Meckes und eine Currywurstbude. Der Strohhut. Strohhut war ein kölsches Original. Da ist mein Vater schon Pommes essen gegangen. Da war dann später irgendwann eine türkische Currywurstbude. Ja. War immer noch sehr lecker. Jetzt ist es eine Dönerbude. Jetzt ist es eine Dönerbude. Ja. Jetzt hast du, jetzt stehst du in Ehrenfeld an der Kreuzung und du könntest dich in die Mitte der Straße stellen, ne? Und an drei von vier Ecken kriegst du einen Döner. Das ist die Dönerdisierung des Abendlands. Meine Damen und Herren, ob sie es glauben oder nicht, die AfD ist scheiße und ich wähle sie nicht. Aber wegen des Witzes bringt man mal solche Sachen. Ne, ganz ehrlich, die, die, äh, es ist ja unfassbar, dass die sich da alle halten können, echt. Ähm, ja. Es ist wirklich unfassbar. Wie, also, ich würde doch niemals auf die Idee kommen, neben einem Dönerladen Dönerladen aufzumachen. Ne. Oder auch neben dem Metzger einen Metzger aufzumachen. Richtig. Oder einen Kiosk nehmen, aber das findest du ja überall. Du findest, bei uns ... Das ist doch eigentlich das langweiligste Gewerbetreiben, was es gibt. Du sagst, ich baue da neben dasselbe. In Nippes ist gerade genau das. Da macht ein Laden zu, du bist hundertprozentig sicher, da kommt ein Kiosk rein. Ein Büttchen. Überall. Oder ein Barbershop. Ich hab Büttchendichte bei mir in der Gegend. Ich hab fußläufig bestimmt 15 Büttchen, wo ich wirklich innerhalb von fünf Minuten hingehe. Ich muss von meiner Tür rausgehen und ich habe drei Türen weiter links und drei Türen weiter rechts, jeweils ein Kiosk. Ja, das sind auch keine Verhältnisse. Ja, ja. Da bist du in Berlin unterwegs, weißt du, und versuchst noch irgendwie abends ein Bier zu finden und findest kein Späti. Aber ganz ehrlich, ich hab jetzt, ich hab auch jetzt gerade, jetzt gerade, hab ich richtig Bock auf eine ordentliche, scharfe Currywurst mit schönen, dünnen Pommes mit Mayo dazu. Kann ich nachvollziehen. Ich findest nicht, wie ich jetzt gerade hingehen soll. Ähm, ja. Außer zu McDonalds, weil es jetzt bei McDonalds die McCurrywurst gibt. Ja, stimmt, hab ich auch gelesen, kann aber schon gar nicht gut sein. Aber das tu ich mir nicht an. Nee. Currywurst, die meisten türkischen Läden, die meisten türkischen Dönerbuden haben ja gar keine Wurst. Die bieten ja auch gar keine Currywurst an. Ja, so, nee. Ähm, bei Griechen findest du das oft? Also griechische Imbissbuden haben oft noch Currywurst? Ah, da hast du ja wohl gute Pommes tatsächlich dabei. Ja. Also hier. Perfragen. Doch, ich hab zwei gute Griechen hier auf der Straße. Ja, also die sollten das noch haben, zumindest mein Griecher hat da noch eine Currywurst. Ja, aber ich möchte, ich möchte diese, ich möchte diese klassische Currywurst mit der unfreundlichen, äh, leicht von Fett gezerrten Verkäuferin haben, die mir das wirklich hinschmeißt. Das wirst du hier nicht mehr finden, weil die Leute alle nett sind. Nee, das auch nicht. Ja. Ich hatte ja immer, neben meiner Schule war immer. Nee, aber die einfach ihren Job macht, weißt du, und sie weiß und sie macht das, aber am Ende schmeckt's auch einfach gut. Neben meiner Schule war immer die Pommesbude, da bin ich in der Woche zweimal hingegangen oder so, weil es gab halt Pommes da lecker, ja. Ja, klar. Und das waren halt Ferdi und Hanni, ein älteres deutsches Ehepaar, das hat den Laden da seit den 70er Jahren geführt, von Mutter auch nur übernommen. Das war einfach eine Baracke mit einer Fritteuse drin und da drin haben sie halt Pommes, Currywurst, Schaschlik und Putenbaguette verkauft. Aber dann kommt ja diese kleinen minimalen Dinge, weißt du, diese kleinen Extra-Punkte, wo sie sich sagen so, nee, aber meine Mayo bestell ich in Holland, weil da schmeckt die besser, weißt du. Und diese Kleinigkeiten machen die dann einfach unbezahlbar, diese Läden. Gibt's die Bude noch? Nee, die hat zugemacht. Und das ist einfach traurig. Das ist wahr. Ich möchte, mein drittes Ding hat auch was mit Essen zu tun und zwar ist das was, was ich jetzt gerade schweren Herzens schon vor dem Aussterben sehe und zwar ist das auch die fernostasiatische Küche, die hier in Köln Einzug genommen hat und zwar Rahmenbuden. Es gibt. Sterben die jetzt wieder aus? Ja, ich merke es gerade. In Köln hat sich mittlerweile eine Rahmenszene etabliert von, ich sag mal, einer Handvoll guten Buden, wo man gut Rahmen essen kann. Ich sag mal, es sind vielleicht sechs, sieben, die mir spontan so einfällt. Ich kenne drei, wo es mir geschmeckt hat. Ja. Also Hezo? Takezo gibt's, es gibt Takumi, es gibt an der Zutaten. Zwischen Friesen und Rudolfplatz ist noch ein sehr guter Asiate. Auch sehr teuer, bei der Sparkasse. Heute ist es total der Geografische. Da gibt's noch den Zen, der ist auch vom Rudolfplatz. In Kalk, da wo du früher gewohnt hast, in der Parallelstraße, gibt's einen relativ neuen. Der macht ausschließlich veganer Rahmen. Soll auch sehr gut sein, da gehe ich nächste Woche mit Arne Mona hin. Bin gespannt. Ich kann die jetzt ja glaube ich nicht. Aber das gute Soja-Ei, das ist so lecker. Keine Ahnung. So ein Ei in Soja gekocht ist wirklich fad. Naja, auf jeden Fall, ich hatte einen Laden auf der Neusterstraße bei uns. Der war richtig lecker. Der war ein ganz kleiner Laden. Das war mehr so ein Takeaway-Laden und da hatte drin so ein paar Sitzmöglichkeiten. War jetzt auch nicht so original japanisch. Der war sehr lecker, sehr lecker Rahmen. Aber, ja gut, wenn halt ein türkischer Hipster hinter der Küche steht, er kann gut kochen. Aber ich würde es nicht als Originalrahmen so bezeichnen. Du würdest, also würdest du jetzt behaupten, dass das vielleicht sein kultureller Hintergrund, die Gewürzpalette etwas verändert hat? Vielleicht. Aber es war sehr lecker. Sehr politisch korrekt, hoffentlich. Ja. Also es sollte auch einfach nur sein. Der Teufel kann keine Rahmen machen. Er hat das aus seinem eigenen Geschmack. Der hat es fusioniert. Das ist ja auch nicht schlecht. Naja, auf jeden Fall. Fusion Food ist auch sehr lecker, ja. Also ich meine, es gibt auch gute Rahmenbars. Da ist aber wirklich alles original. Da sind Japaner in der Küche, die das traditionell einfach auch zubereiten. Ja, aber es gibt zum Beispiel einer der besten Sushi-Läden in Köln, ist in Deutz und gehört einem Inder. Du würdest dir auch keinen Döner beim Deutschen kaufen. Rewe verkauft Döner. Was? Ja, du kannst bei mir auf der Fridlisch... In der Fleischdecke hinten? An der Fleischdecke hinten ist ein Dönerspieß. Du hättest zwei Leberkässebrötchen und einen Döner. An der heißen Theke, da wo immer das halbe Hähnchen der Leberkässe ist, da dreht sich ein Dönerspieß. Und da kannst du bei der Ulrike, die da hinter der Tresen halt gerade noch ihre Hände im Mett hatte, ja, kannst du dann halt auch einen Döner bestellen. Ey, mir ist das eigentlich egal, wer der Verkäufer ist. Wie gesagt, wenn es sogar so weit geht, dass es irgendwie Fusion wird, finde ich es sogar eigentlich ganz geil. Ja, aber für mich ist das immer das größte Problem, wenn du einen Laden hast und halt zehn verschiedene Kulturen anbietest. Richtig. Weißt du, also wenn ich durch Pizza.de scrolle, dann gehe ich erstmal in allem vorbei, wo du mindestens drei Flaggen singst. Meiner ist sehr gut, der hat 17 Flaggen, der kann alles. Ist egal, auf jeden Fall hat der jetzt, das war eine sehr, sehr gute Rahmenbude, fußläufig von mir. Zehn Minuten hingehen, ja, und die war richtig, richtig lecker. Richtig, nämlich schön fethaltig, richtig eine saftige Rahmensuppe, wo der danach so... Da muss ein Kick dahinter sein. So richtig Geschmack. Eine Brühe muss ballern. Und auch optisch sehr ansprechen, also einfach sehr geil angerichtet und so. Du bist auch der Mensch, wenn du eine Brühe isst, du willst das Fett oben drauf schwimmen haben. Richtig. Du willst nicht, dass das so rausgenommen wird. Nee, 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 genau. Und die war einfach sehr, sehr geil. Und ich war jetzt letzte Woche, war ich beim Barbier, mein Barbier ist direkt gegenüber, ja. Da dachte ich, geh da nochmal hin. Und es war halt donnerstags, nachmittags, halb sechs um den Dreh. Okay, komm. Es ist schlimm, wenn man das andersrum macht, oder? So eine halbe Rahmenfläche noch hat. Ist da nicht, ne? Auf jeden Fall bin ich halt darüber gegangen, eine andere Straßenseite, und hab mich halt gewundert, okay, Laden ist dunkel, Stühle hoch. Hm, was ist da los? Ja, und dann hab ich halt über Instagram erfahren, weil da bin ich ja noch, dass der Laden dazu gemacht hat, weil das Projekt nicht funktioniert hat. Schade. Und das war echt ein guter Laden. Da hab ich halt auch gerade geschrieben, ja, schade, es war echt ein guter Laden. Und darauf haben die geantwortet, ja, du kannst gerne in unseren Stammladen in der Innenstadt vorbeikommen. Und zwar ist das der Daikan, der hat in der Innenstadt... Den mein ich! Auf der Brüsseler Straße... Ja, der ist gut. Ja. Ist ein bisschen teuer, aber gut. Aber die, ey, die ja angeblich haben die, ist deren Brühe, kocht die über Tage, weiß ich nicht. Das mag vielleicht sein, aber dieser, ich hab bei beiden jetzt die Suppe gegessen, ja, und in dem kleinen Laden war die perfekt. Und in den Daikan hat mich am meisten abgefuckt eigentlich, dass das so ein Hipsterladen ist. Du, also man merkt an den... Ja, das macht die Umgebung. Ja, vielleicht, aber man merkt an den Kellnerinnen eigentlich schon, ähm, was das für ein Typ Laden ist, weißt du? Wenn, wenn alle Kellner und Kellnerinnen gleich aussehen, gleich tätowiert sind, also alles gleich aussehen, alle so Hipster sind, dann weißt du genau... Wenn das so ein Franchise-Gefühl schafft. Äh, also du gehst ja auch dahin und erwartest eine gewisse Kultur, die dann sich auch im Laden widerspiegelt. Das ist ja vollkommen okay. Richtig, richtig. Vollkommen okay. Ja. Aber ich glaube, wir sind halt kurz davor, um es kurz zu machen, dass die Rahmenleiten können. Wir sind willkommen bei Sebi und Wukis Google Local Guide für gutes Essen in Köln. Ja. Aber ich muss auch sagen, also wie ich überhaupt auf das Thema gekommen bin, ne, war, wir sind, wie gesagt, am Samstag sind wir nach Bonn gefahren auf eine Party. Ja. Und wir hatten überlegt, wollen wir noch was essen vorher? Am Ende haben wir uns dafür entschieden, dass wir uns was gekocht haben. Aber dann kam der Vorschlag, wir können ja auch in Bonn was essen. Und ich, es gab mir ja hier in Köln, ich glaube sogar diesmal wirklich auf der Ehrenstraße, einen Laden, der hieß Mosh Mosh. Und das war ein Japaner, also ein japanisches Restaurant, das aber zum einen klassische Küche modern interpretiert hat und, was ich sonst nie bedacht hatte, immer darauf geachtet hat, bei den Gemüsesachen, was halt gerade, was halt gerade da ist. Also die haben wirklich, die haben wirklich nur mit dem Gemüse gekocht, was halt gerade zu kaufen ist. Also regional, das fand ich sehr geil. Hab ich auch zum ersten Mal in meinem Leben Giosas gegessen halt. Und deswegen, super geiler Laden, hat dann irgendwann zugemacht. War sehr deprimierend, hab ich auch rausgefunden, dass es da noch einen in Bonn gibt. Dann hab ich den dann nämlich am Samstag hier geholt und hat sich herausgestellt, auch der hat zugemacht. Und vielleicht müssen wir aber wirklich aufhören, klasse, Leute, einfach mal aufhören, immer Burger und Döner zu essen. Ja. Einfach mal. Unterstützt euren lokalen Asiaten. Ja, Mann. Unterstützt die lokalen. Genau. Selbst mal einen Pokebowl-Laden dazu gemacht. Und dann bin ich heute, natürlich hab ich heute den ganzen Tag damit verbracht, darüber nachzudenken, was sind die drei Dinge und so weiter, ne? Und ich bin heute zu meinem Lieblings-Asiaten gegangen, Chinos, am Klotwigplatz. Besten Fried Chicken überhaupt in Köln. Also ich hab keine besseren Fried Chicken gegessen. Da gibt's einfach nur Bratnudeln und Fried Chicken oder so Reisgerichte mit Mayo und Chicken. Sehr guter Laden. Und dann bin ich auf dem Weg dahin, ich musste da vielleicht zehn Minuten hinlaufen, und auf dem Weg dahin hab ich einfach nur konstant daran gedacht so, oh, was machst du eigentlich, wenn du da jetzt hinkommst und der Laden hat dicht gemacht. Das wär so deprimierend. Das hat man mittlerweile echt, man muss immer wieder gucken, eigentlich, wenn du irgendwo essen gehen willst, gibt's den Laden überhaupt noch? Ganz ehrlich, ganz ehrlich, Leute, um jetzt diese wunderbare Folge nicht zu depressiv zu beenden, Leute, tut euch selbst einen Gefallen, wenn ihr diese Woche irgendwo gekauftes Essen kaufen wollt, dann geht einfach mal zum Laden, wo ihr sagt, ich möchte, dass der bleibt und kauft bei dem. Und ich hoffe, dass die Anzahl unserer Zuhörer, die dann zu McDonalds gehen, echt gering sind. Geht einfach zu eurem Local Asiaten oder sonst was, unterstützt ihr. Den einfach mal mit einer guten Portion Rahmen. Meine Damen und Herren, das war I Love Lamp, der Podcast mit einem sehr redefreudigen Wookie heute. Und ich glaube, wir haben heute sehr viel Inhalt gebracht, wo auch sehr vieles Richtiges dabei war. Also nehmt uns nicht zu ernst. Heute vielleicht schon. Heute war es sehr ernst. Fuck Corona. Also mir hat das ganz gut gefallen. Ja, vielleicht sollten wir öfters einfach ernst sein. Ja, aber dann sollten wir vielleicht irgendwann anfangen mit Vorko. Nein, vergiss es. Nächste Woche wieder nochmal. Meine Damen und Herren, das war I Love Lamp, der Podcast. Bleibt dran, gleich gibt es noch einen Ausblick auf nächste Woche. Ich bin der Sebi. Ich bin Wookie. Bis dann. Tschüss. Isle of Lamp, der Podcast. Nächste Woche bei I Love Lamp, der Podcast. Sag mal, Wookie, hat dein Sky Go am Wochenende funktioniert? Natürlich nicht.